Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked-Magazin.de. Wir reden über die großen Ankündigungen der letzten State of Play, die Exklusivitätspläne von Xbox und es gibt unsere Eindrücke zu Suicide Squad, Persona 3 Reload, Tekken 8 und Like a Dragon 8. Das alles und mehr jetzt bei Folge 457 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Ausgabe Hooked FM. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin. Hallo, hallo, hallo. Robin, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen erholen von der letzten Woche, denn es gab einerseits natürlich sehr viele News, andererseits aber auch eine State of Play und ein bisschen Whiplash für uns ganz persönlich zwischen der Freude eines Death Stranding 2 Trailers, über den wir gleich unbedingt noch reden müssen und der Fassungslosigkeit eines Silent Hill Shadow Drops. Ich hoffe, das konntest du emotional irgendwie alles unter eine Tüte bringen. Das wird auch heute, glaube ich, noch gut anstrengend, weil auch in diesem unmittelbaren Podcast wird sowohl bei den Spielen als auch bei den News es wilden, ja wie du gesagt hast, Whiplash geben in der Mood. Und dann gab es noch große Formel 1 News, Tom. Das war alles sehr viel letzte Woche. Genau. Ich habe das Glück gehabt, am Wochenende mich mal wieder in Metal Gear Solid 5 vertiefen zu können und zwar als Zuschauer dieses Mal, weil meine Freundin bei Metal Gear Solid 5 angekommen ist und nachdem sie Peace Walker übersprungen hat, weil es ihr spielerisch nicht so gut gefallen hat und sich dann einen Film angeguckt hat und den dann ganz toll fand und da viel Spaß dran hatte, hat sie dann 5 ausprobiert und ist da tatsächlich überraschenderweise ebenfalls sehr angetan von. Also Ground Zeroes erstmal, oder? Ground Zeroes habe ich für sie wirklich weggespielt, einfach weil das hat kein so richtiges Tutorial und man ist direkt in der Basis drin und das war jetzt alle ein bisschen viel auf einmal und ich habe dann schon gesagt, das ist in 5 deutlich einfacher reinzukommen und das hat sich dann auch bewahrheitet und sie hat jetzt wirklich viel Phantom Pain gespielt und ist da auch echt angetan von. Sagt dann auch immer, dann hat er genau die gleiche, es ist so ein Déjà-vu, weil sie auch sagt so, ah, endlich mal wieder Story und ach man, die Sprecher, dass sie alle so normisch sind, ist so kacke und das stimmt ja alles sehr. Gleichzeitig aber auch, wie ich, das Erlebnis viel Spaß mit dem Gameplay zu haben, was die große Frage bei uns war. Also unser Metal Gear Solid Marathon geht weiter, sie ist komplett Metal Gear Pilt, jeden Tag, wenn sie nicht Metal Gear Solid spielt, ist sie im Metal Gear Solid Reddit und liest Memes oder macht selbst Memes, das ist toll. Oh ja, hallo? Metal Gear, sagt sie gerade, steckt ihren Kopf in den Raum rein und ich freue mich sehr darauf bereits, den Marathon dann demnächst zu beenden mit Metal Gear Rising, da wird sie auch nochmal sehr viel Spaß mit haben. Oh, da bin ich sehr gespannt auf ihre Meinung, weil Rising ist ja schon nochmal was anderes, würde ich sagen. Ja, aber wenn man die Meme-Haftigkeit von Metal Gear mag, was hier der Fall ist, dann ist das ein guter Titel. Guter Punkt, ja. Und jetzt geht ja relativ schnell, Metal Gear Rising ist ja voll kurzes Spiel. Ja, und man kann das auch auf einfach stellen, das ist dann fein. Und wie war es denn bei dir, was hast du denn so gemacht? Ich habe Retro-Spiele teilweise gespielt, ich habe ein bisschen Yakuza 1 gespielt, Robin. Yakuza 1 auf der Playstation 2. Da gibt es ja eine Version, die bei uns offiziell erschienen ist mit deutschen Untertiteln und dieser englischen Sprachausgabe, vielleicht reden wir da nachher nochmal drüber, aber wenn dann nur kurz. Wenn dieser Podcast noch nicht lang genug sein sollte. Wenn dieser Podcast noch nicht lang genug ist, genau. Ansonsten war letzte Woche natürlich der Schnitt von den Gotis, beziehungsweise der ist immer noch voll im Gange. Die erste Folge ist fast fertig, würde ich sagen. Die werde ich hoffentlich heute oder morgen fertig bekommen. Und sie kommt dann planmäßig Ende dieser Woche. Allerdings immer noch nicht zu 100 Prozent festgenagelt. Ich würde es auch gerne erst so richtig fertig kriegen und dann musst du ja nochmal gegen gucken und eventuelle Sachen müssen gefixt werden und der ganze Kram. Und ich möchte ja auch ein bisschen vorproduzieren können. Aber nur, dass ihr eine ungefähre Orientierung habt, okay, was ist gerade der Stand da. Ansonsten bei Time to 3 ging Tekken los. Ich habe mit Leo den Story-Modus von Tekken durchgespielt und da könnt ihr euch die erste Folge anschauen, beziehungsweise heute kommt auch schon die zweite Folge. Das sind auch insgesamt nur vier, weil so mega lang ist dieser Story-Modus ja nicht. Und dann könnt ihr euch das da anschauen. Das war sehr, sehr lustig. Und ja, dann haben wir noch ein ziemlich cooles Video gesehen. Richtig, dass wir unbedingt mal einfach weiterempfehlen wollen. Das war nämlich bei Game 2. Die haben nach ihrer Gollum-Recherche mal wieder eine Recherche veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der GameStar und haben dort auch mit dem Autoren gemeinsam des GameStar-Reports eine Video-Version veröffentlicht. Der Artikel und das Video haben auch ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Über Left Behind, dem jetzt schon wieder in der Versenkung verschwundenen, ne, The Day Before. Entschuldigung, The Left Behind. The Day Before meine ich natürlich. Entschuldigung. Ein, ja, dieses Survival-Game, was viel Theater voll Release gemacht hat aus verschiedensten Gründen und dann direkt nach der Veröffentlichung ja wieder beendet wurde, geschlossen wurde, das Spiel und das Studio. Und dort wurde mit zahlreichen EntwicklerInnen gesprochen, um ein bisschen was darüber zu erfahren, wieso das so passiert ist, wie es passiert ist und es ergibt alles viel Sinn, was man da hört und sind auch wirklich krasse Geschichten, wie zum Beispiel, um euch ein bisschen mal anzuregen, da wirklich reinzuhören, wird da berichtet darüber, dass Strafen, monetäre Strafen an Mitarbeitende ausgesprochen wurden, wenn sie irgendwie eine Arbeit geleistet haben, die den beiden Chefs nicht gut genug war. Also wenn irgendwie Voice-Acting-Sessions aufgenommen wurden und dann war denen das Voice-Acting nicht so, wie denen das gefallen hat, dann mussten quasi der verantwortliche Mitarbeiter oder die verantwortliche Mitarbeiterin dafür aufkommen, für diesen Preis, für diese Session und das aus ihrem Gehalt bezahlen. Und solche völlig wahnsinnigen Geschichten gibt es in diesem Report ganz viele. Deswegen eine große Empfehlung, da mal bei Game 2 reinzuhören. Genau, und auch den Artikel zu lesen, falls man das möchte. Alles klar, Robin. Ich glaube, dann können wir mal anfangen mit den News, die es letzte Woche gab, weil das war tatsächlich einiges. Angefangen mit der State of Play vom 31. Januar, wo ich jetzt sagen würde, dass wir nicht jedes einzelne Spiel behandeln, weil sowas wie ein neuer Trailer zu Dragon's Dogma oder Helldivers 2, die stehen ja auch relativ kurz vor Release, müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal detailliert drüber reden, da kennt ihr ja eigentlich unsere Meinung zu. Aber es gab zum Beispiel auch einen sehr ausführlichen Trailer, und da möchte ich jetzt nochmal deine Meinung zu einholen, zu Stellar Blade, diesem Action-Near-like, ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, das am 26. April erscheinen soll. Was hat das denn für einen Eindruck bei dir hinterlassen? Also der Eindruck davon war, dass es spielerisch echt ganz cool werden kann und dass es in seiner Präsentation mich sehr angenehm an richtig, richtig trashigen PS3-Scheiß erinnert, aber dass der Trailer halt furchtbar war, das war zumindest mein Eindruck, weil es halt so ein klassischer, ja es war so ein Mood-Trailer für drei, vier Minuten, in dem man quasi immer nur voneinander losgelöste Voice-Lines sieht und hört und man ganz viele Szenen aus dem Spiel gezeigt bekommt, aber für keinen Kontext erhält und das geht dann wirklich drei oder vier Minuten und dann geht's so ein bisschen in so einen Gameplay-Part über, in dem aber auch noch teilweise Systeme und Menüs gezeigt werden, all over the place und ich finde in einfach so einer Abfolge von Trailern, in so einer State of Play, wahnsinnig deplatziert, fand ich. Ja, ich finde aber interessant, dass es allgemein, habe ich das Gefühl, einen relativen Hype ausgelöst hat oder zumindest einen ziemlich positiven Eindruck hinterlassen hat, weil auch wenn ich so in andere Reaktionen reingeschaut habe, kam Stellar Blade relativ gut an oder ist generell ein Spiel, auf das sich die Leute freuen, was ich nur so bedingt nachvollziehen kann, weil ich gucke mir das an und denke jetzt nicht, habe jetzt nicht das Gefühl, oh da kommt jetzt was Großes auf und zu, aber vielleicht irre ich mich da auch, weil gerade in den Action-Trailern, also die Trailer, die wir vorher bekommen haben, wo man ja auch das Kampfsystem sieht und die Bossgegner sieht und sowas, da scheinen ja eigentlich die großen Stärken des Spiels zu legen, deswegen finde ich diesen Trailer, den wir jetzt bekommen haben, auch ein bisschen rätselhaft vom Aufbau her, von dem, was sie da gezeigt haben, aber ich glaube, der Punkt war halt so ein bisschen zu zeigen, okay, das Spiel hat noch mehr als das, es ist nur am Ende die Frage, ist das eine gute Sache, dass es mehr hat als das, also kann das dann auch was? Ich erinnere, ich fühle mich so ein bisschen an Lies of Pi erinnert bei dem Spiel, jetzt nicht natürlich aus einer inhaltlichen Perspektive, aber einfach aus der Perspektive, dass es halt auch wie so ein absolutes Meme-Game aussieht, dass es in vielen Aspekten aber auch echt gut aussieht auf spielerischer Ebene, aber weil der Rest oftmals so trashy ist und auch von einem Entwickler kommt mit Shift Up, die bisher nur im Mobile-Markt in Südkorea tätig waren, also völlig unbedarft in diesem, ja, wenn man es mal Triple-A-Bereich nennen will, Triple-A-Bereich, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass das halt diese Produktionswerte im Spiel vollends hat, die es im Trailer zu haben scheint, aber wenn Lies of Pi mich eins gelehrt hat, dass es halt, dass es möglich ist, dass es genau das macht. Auf jeden Fall. Und das hoffe ich halt. Ich hoffe halt, dass es eine Lies of Pi-Situation ist, wo es tatsächlich all die Produktionswerte hat, sie es zu haben scheint und dass das Gameplay sich auch so gut spielt, wie es aussieht in diesen Trailern, aber eine gesunde Skepsis ist da, glaube ich, angebracht. Ja, denke ich auch. Ein weiteres Spiel, das mich zunächst ein bisschen verwirrt hat, war das neue Sonic oder das alte Sonic, besser gesagt. Dann wurde Sonic Cross Shadow Generations angekündigt für den Herbst 2024, was ja dann auch auf andere Plattformen erscheint logischerweise, was, und das musste ich erst im Nachhinein nachgucken, als neue Collection bezeichnet wird, mit einer neuen Story-Kampagne, die Shadow featuret. Also da ist wirklich neuer Stuff drin. Ein Teil des Pakets ist laut der offiziellen Sega-Beschreibung aber auch ein Remaster von Sonic Generations. Also du hast Sonic Generations hier drin und ich glaube dann einfach halt noch eine neue Story-Kampagne und so ein paar Add-ons. So würde ich es mir jetzt zumindest vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Shadow nur in bestehenden Leveln unterwegs ist. Das habe ich mir auch mal versucht durchzulesen und auf der Steam-Page, die ich jetzt gerade mal aufgemacht habe, wird halt gesagt, play as Shadow in a brand new Story-Campaign featuring never-before-seen-Powers and Abilities. Da steht nix von Levels. Und ich habe im Gefühl, dass das da stehen würde, wenn es wirklich neue Areale gäbe. Und das erscheint mir recht sinnvoll, quasi einfach einen neuen Charakter in einer eigenen Kampagne in die bestehenden Spielsysteme einzubauen und Spiele Level. Aber das ist jetzt reine Vermutung von mir. Ich meine, man sieht ja auch in der Footage schon ein bisschen was. Ich kann da aber nicht rauslesen. So gut kenne ich Sonic Generations nicht, was jetzt hier neu ist und was nicht. Ja, das geht mir auch so. Mal erleuchten, falls ihr da schon den Durchblick habt. Ich finde, das ist ein weirdes Produkt, Tom, weil Sonic Generations war halt dieser, ja, im Positiven rückwärtsgewandte Geburtstags, ja, dieses Geburtstagsspiel, ne, wo halt die Historie der Serie gefeiert werden sollte. Und jetzt zehn Jahre später davon einen Remaster zu veröffentlichen. Finde ich, wirkt seltsam, ne, weil im Idealfall könntest du jetzt eigentlich ein neues Generations machen, das auf die letzten zehn Jahre zurückblickt. Aber, weil ja seitdem nix tolles kam, okay, ich weiß, Frontiers hat Fans, ich persönlich fand's nicht gut. Und dann Mania. Und Mania, genau. Aber ich find es komisch, so einen Historientitel, der bereits ein Feiern von Bestehendem war, den wieder zu veröffentlichen. Weil ich denke, dann macht doch besser einen Sonic Generations 2 und das dann auch neu aussieht und neue Grafik hat und diese Systeme nutzt, aber mit neuen Sachen. Das ist cool, glaub ich, weil Generations halt einfach ein beliebter Titel ist. Aber ich find's auch ein ganz schön verwirrendes Produkt. Ja, also ich glaub, bei mir ist das so auf ner gleichen Ebene wie irgendwie der Re-Release von New Super Mario Bros. U oder von Super Mario 3D World, wo dann halt noch Bowser's Fury rangegraftet wurde, wo sich dann herausgestellt hat, das ist ein komplett eigenes, super gutes 3D Mario. So hohe Erwartungen hätte ich jetzt nicht an diesen Shadow-Abteil von dem neuen Sonic Generations. Aber da jetzt einen Re-Release zu machen und den nochmal aufzuhübschen, damit's dann an das Niveau der PC-Version von Sonic Generations oder vielleicht sogar darüber hinaus geht, find ich sogar halbwegs sinnvoll. Weil gerade wenn du auf einer Playstation unterwegs bist, dann kannst du das ja, kannst ja nicht einfach die alte Version spielen. Auf der Xbox schon. Da gibt's ja die 360-Version, die du spielen kannst und auf dem PC logischerweise. Deswegen, das fällt für mich so voll in die Ja-Warum-Nicht-Kategorie. Wir hatten noch einen Silent Hill-Blog auf dieser State of Play, Robin, auf der zwei Sachen gezeigt wurden. Einerseits ein Trailer zu einem Spiel, das schon vor Ewigkeiten mal geleakt wurde, namens Silent Hill The Short Message, das tatsächlich ein kostenloses Spiel ist, so ein bisschen PT-mäßig und direkt veröffentlicht wurde. Das konnte man sich am gleichen Tag noch runterladen. Und wir haben es einen Tag später dann gestreamt und komplett durchgespielt in zweieinhalb Stunden auf unserem Livestream-Channel. Könnt ihr euch auch alles angucken. Auf Hooked Live oder natürlich auf Twitch.tv. Wir reden dann nachher nochmal über unsere Eindrücke zusammenfassend im Spielesegment. Und das Zweite, was gezeigt wurde in Bezug zu Silent Hill, war ein neuer Trailer zu Silent Hill 2, dem Remake von Blooper Team. Und meine Güte, zu dem Zeitpunkt, als wir das geguckt haben, wussten wir noch nicht, welche Qualität Short Message hat. Also nach dem Short Message Trailer bist du erstmal so, ja, sieht ja erstmal nicht verkehrt aus. Später hat sich das dann relativiert. Und dann sehen wir einen Trailer zu Silent Hill 2, der halt erst so ein paar Mootshots macht, die okay aussehen, meiner Meinung nach. Und dann halt, ja, entgleist in einen Action-Horror-Wir-Wollen-Resident-Evil-4-Sein-Trailer, wo du ganz viel Geballer siehst und wie er mit einem, wie James mit einem Brett die Monster platt macht und wie man ganz schnell X drücken muss, um sich zu befreien. Und ich glaube, bei allen Leuten, die Silent Hill, sich als Silent Hill-Fans bezeichnen, wurden die Homecoming-Ängste geweckt. So auch bei dir, glaube ich. Ja, es sieht wirklich unglaublich ähnlich aus zu Silent Hill Homecoming mit den Nahkampf-Moves, das Treffer-Feedback, obwohl ich würde sagen, das Treffer-Feedback ist sogar nochmal ein bisschen schlechter, wie es hier aussieht, weil Homecoming hat sich Mühe gegeben, dass wenn du mit Waffen auf Gegner triffst, dass die wirklich so dann auch wegweichen und auch so Schaden an ihren Körper bekommen und du siehst Wunden und so etwas. Das sieht hier in seinem Treffer-Feedback schon nochmal ein bisschen schlechter aus, wie ich finde, aber spielerisch sieht es halt echt ähnlich aus, was kein Kompliment ist. Der Trailer ist aber so wahnsinnig scheiße, dass ich gar nicht, also dass ich dem Spiel quasi den Gefallen tun will, gar nicht auf das Spiel zu urteilen davon, weil ich einfach denke, diese ganze Prämisse dieses Trailers, nämlich wir haben quasi keinen Story-Content, wir ignorieren die Geschichte und auch im größten Teil die Atmosphäre des Spieles und konzentrieren uns stattdessen darauf, wie James gegen coole Monster kämpft. Und schneiden dreimal zu dieser Szene zurück, wo er zwischen zwei Häusern hin und her springt aus irgendeinem Grund. Ja, 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 genau. Und das ist so fehlgeleitet, dass wir auch zweimal in dem Trailer eine Sequenz sehen, in der man die X-Taste spammen muss, um zu verhindern, dass man von einem Gegner gegriffen wird mit so einem großen X-Button in der Mitte des Bildschirms. Fehlgeleiteter kann ein Trailer für Silent Hill 2 eigentlich nicht sein. Das Problem ist hier, dass keiner der anderen Trailer mir viel mehr, also das war schon der schlechteste Trailer mit ziemlichem Abstand, aber dieses ganze Projekt ist ja von großer Skepsis begleitet. Und ich kann jetzt nicht so wirklich sagen, ja, aber das war jetzt ein Ausrutscher, weil mein Standard ist, dass ich sehr skeptisch bin. Das heißt, was wir brauchen, ist nicht schlechte Trailer, sondern was wir brauchen, ist Trailer, die mich davon überzeugen, dass das tatsächlich mal gut ist. Und das würde halt gehen mit, hier ist vielleicht mal eine Cutscene, hier ist irgendwie mal ein Story-Trailer, der sich auf die Atmosphäre fokussiert. Das hier bestätigt meine Skepsis einfach. Ich würde ja auch insofern zustimmen, dass die, also ich habe schon mein Skepsis dem Projekt selbst gegenüber und ich glaube nicht, dass wir hier einen Silent Hill 2 Remake bekommen, so wie wir es gerne hätten oder so wie es das Spiel verdient hat. Aber zusätzlich dazu kommt hier die Ebene dazu, dass wer auch immer diesen Trailer geschnitten hat, entweder nicht das Material hatte oder nicht die Ahnung oder nicht das Briefing, dass das das nochmal extra schlimm macht. Weil ich könnte so einen beschissenen Trailer auch aus tatsächlicher Silent Hill 2 Footage zusammenschneiden und man würde sich denken, was ist das denn für ein Spiel. Dann hätte ich zwar nicht diese Sachen wie Spam jetzt X und das würde wesentlich atmosphärischer aussehen, aber grundsätzlich kannst du ja aus guten Spielen schlechte Trailer machen, die missverständlich kommunizieren, worum es geht in diesem Spiel. Aber sie haben ja vorher schon gesagt, sie haben ja schon den Schwerpunkt teilweise gelegt auf Kampfsystemen und so ein Kram. Also deswegen weiß ich nicht, wie viel davon ist Absicht, wie viel davon ist so ein bewusstes, hey ja, wir haben hier Kampf überarbeitet und vielleicht gibt es jetzt mehr Kampf oder keine Ahnung. Also wie viel sollen wir da rausnehmen aus dem Trailer tatsächlich? Und da könnte es noch deutlich schlimmer werden, als wir jetzt schon vermuten. Was ich aber am überraschendsten fand, ist eigentlich, dass wir keinerlei Release haben. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das immer noch steht irgendwie Now in Development oder Active Development oder sonst was. Genau. Das ist verrückt, weil die Vermutung hier ist, dass es dieses Jahr noch kommen muss. Und das ist meine einzige Erklärung, dass das Spiel halt dieses Jahr auch noch kommen soll, aber sie quasi noch nicht wissen, soll es jetzt im Juni kommen, soll es im Dezember kommen und dann noch auf den letzten Milestone warten. Das ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ansonsten Silent Hill F wurde nicht erwähnt und Silent Hill Townfall wurden ebenfalls nicht erwähnt. Das sind ja die zwei Spiele, auf die man vielleicht noch seine Hoffnung setzen kann jetzt als Silent Hill Fan. Denn ansonsten wird es langsam knapp mit den Silent Hill-Projekten. Ja. So, wir hatten einen neuen Trailer zu Judas. Hat sich da dein Eindruck dem Spiel gegenüber verändert, Robin? Nee, es ist Bioshock, was interessant aus der Perspektive ist, weil Ken Levine einst ein ganzes Studio schließen ließ, weil er nicht mehr Bioshock machen wollte und jetzt dann zehn Jahre in der Versenkung verschwand und jetzt wieder Bioshock macht. Das hättest du auch bei Irrational machen können, Schatz. Ja, das ist das Eigenartige. Und das ist ja das, wo jeder sich so ein bisschen an den Kopf kratzt und fragt, ja okay, jetzt wurde so ein Gewese drum gemacht um die neuen Konzepte und so und jetzt sieht das aber trotzdem aus wie Bioshock. Ich frage mich, ob wenn man es dann spielt, da tatsächlich Elemente drin sind, die das Spiel anders wirken lassen oder die storytechnisch irgendwas machen, was vorher noch nicht da gewesen ist oder wie viel dann tatsächlich einfach nur Bioshock ist. Ja. Und was für ein großes Problem wäre das? Also mal angenommen, das ist ein Spiel, das ist einfach wie Bioshock und das hat dieses extravagante Setting und diese Art von Storytelling. Wäre das denn was, mit dem du zufrieden wärst? Also ich persönlich bin ja auch immer noch Fan von Bioshock Infinite. Mit all den problematischen Sachen, die man dazu sagen kann, die man reininterpretieren kann oder die man auch der Intention zuschreiben kann, bin ich immer noch Fan von Bioshock Infinite. Ich hab's jetzt auch wirklich seit langer, langer Zeit nicht mal replayt. Deswegen kann auch sein, dass sich das dann ändert. Aber aus diesem Grunde freue ich mich da sehr drauf. Ich finde es total schade, dass wir seit Bioshock Infinite, also seit einem Jahrzehnt, über einem Jahrzehnt, keinen Teil dieser Reihe mehr bekommen haben. Und ich finde auch, dass Ken Levine ein wertvoller Auteur ist in dieser Videospielindustrie, erneut mal als Spieler, als Fan der Kultur mal ausgeklammert, all die Probleme, von denen wir wissen, die es bei der Arbeitskultur gab. Dass es nämlich offensichtlich ein absolut desaströser Chef ist, der seine Mitarbeiterin wirklich schlecht behandelt hat. Aber ich glaube, es ist schön, wieder ein Spiel von diesem Team zu sehen, beziehungsweise von einem von ihm geleiteten Team zu sehen, in der Hoffnung, dass die Entwicklung hier weniger kontrovers war und schwierig für die Mitarbeitenden. Ich bin ein bisschen skeptisch mit der Prämisse bei Ken Levine. Da wird ja, glaube ich, Ken Levine ausgesprochen. Ken Levine, ja. Ja, genau. Weil, was ich in der Synopsis gelesen habe, ist, dass halt in dieser Welt, es eine Welt ist quasi, in der jeder Gedanke überprüft wird, in der total das Groupthink motiviert wird, in dem Nachbarn und Freunde dazu motiviert sind vom Staat oder von der Regierung, die dort agiert, dass man quasi verraten wird, sobald man irgendwie einen Gedanken hat, der gegen den Mainstream geht und sowas. Und das kann ultra-cringy, Anti-Cancel-Culture-Scheiß sein, der in eine ganz doofe Richtung geht, die ich gar nicht mag. Und da bin ich skeptisch, weil das war auch so ein bisschen, ja, rückblickend der Kritikpunkt an Bioshock Infinite, dass das alles ganz schön eine simple Weltansicht so ein bisschen zeigt und ganz schön lamer Zentrismus immer wieder ist. Und diese Prämisse bietet sich sehr dafür an, extrem lamer Zentrismus wieder zu sein. Aber ich tue dem Spiel jetzt nicht an, dass ich es jetzt vorverurteile, einfach aufgrund der Prämisse, weil ich finde auch kontroverse Prämissen sollen genutzt und erzählt werden. Und gebe dem da den Benefit of the Doubt, weil ich halt, wie gesagt, großer Fan eigentlich von Bioshock Infinite bin. Wie war es denn bei dir? Ja, ich habe generell ein bisschen komplizierte Gefühle auch zu Bioshock, weil das erste Bioshock damals war ein Spiel, das ja so durch die Decke gegangen ist, wo alle so durchgefeiert haben. Und da war ich einer derjenigen, der gesagt hat, ich finde das aber spielerisch ziemlich lahm, weil sich das nicht groß weiterentwickelt hat und ist ja auch nicht wirklich ein Immersive Sim oder sowas, sondern wirklich einfach ein straighter Action-Shooter mit halt ein bisschen offenerem Level. Und storytechnisch kann das halt ein bisschen was und hat halt vor allem sein Setting. Und die Settings sind das, was mich so interessieren bei den Bioshock-Spielen und das, finde ich, sieht auch hier total interessant aus. Und was mich an Infinite storytechnisch so mitgenommen hat, war ja diese ganze multiple Universennummer. Und dann hast du parallel noch so viel, was da noch drinsteckt in dem Spiel, was man auch, finde ich, durchaus zu Recht kritisieren kann. Aber dass das halt so groß wurde und so episch teilweise, das finde ich halt wirklich cool und es sah ja auch toll aus. Und da weiß ich gar nicht, was bei Judas auf uns zukommt, was dann auch, wie du sagst, mit der Weltanschauung von Ken Levine, wie das sich dann niederschlägt hier drin. Keine Ahnung, dafür kenne ich diesen Entwickler auch nicht gut genug. Ich kenne zwar ein paar Podcasts und ein paar Behind-the-Scenes-Materialien, wo er dann darüber redet, aber da geht es dann nie darum. Da geht es dann eher um das Mechanische, um die Art und Weise, wie die Story geschrieben ist und solche Sachen und nicht um das Was. Und das sehen wir dann halt, wenn es rauskommt. Aber auch dieses Spiel hat ja noch keinen Release-Termin. Exakt, das könnte auch so ein Ding sein. Da gehe ich sehr, sehr schwer davon aus, dass es nächstes Jahr halt ist, ist jetzt seit einem Jahrzehnt fast in der Entwicklung. Aber da war viel einfach das Suchen nach dem Spiel, was sie machen müssen, was erneut dann Bioshock war. Das nächste Spiel ist tatsächlich ein VR-Titel. Es gab ein kurzes VR-Segment in dieser Show, einmal mit Legendary Tales, so ein Fantasy-VR-Spiel, über das wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal allzu viel reden werden. Weil es auch den undankbaren Job hatte, direkt nach Metro Awakening VR gezeigt zu werden. Ein Spiel, das tatsächlich richtig hochwertig aussieht. Das kommt von Vertigo Games, also nicht direkt von 4A. Deep Silver haben parallel auch schon gesagt, die sind gerade beschäftigt mit dem tatsächlich großen nächsten Metro-Spiel. Also das wurde da nochmal bestätigt, wobei man auch da 20 Fragezeichen hintersetzen muss, weil es ist Deep Silver und Bracer und alles. Naja, die Hoffnung ist, dass dann Metro Exodus kam ja 2019 raus, das heißt, die arbeiten da jetzt schon seit 4, 5 Jahren dran. Mit den DLCs eher 3, 4 Jahre wahrscheinlich. Das heißt, die Hoffnung ist, dass das Spiel weit genug ist, dass sie bereits das Geld sehen, das nächstes Jahr kommen kann und deswegen sind sie safe. Ja, höchstwahrscheinlich. 2024 soll das noch rauskommen, das neue VR-Spiel hier und wir haben einen Trailer gesehen, der richtig, richtig guten Eindruck macht, ne? Ich glaube, du hast 23 gesagt, ich meinte das 24. Hab ich 23 gesagt? Ich meinte auf jeden Fall 24. Ich glaube, ja. Das sah richtig toll aus, finde ich auch. Da muss man aber auch sagen, da hat das Spiel eine wahnsinnig einfache Zielgruppe mit mir persönlich, weil ich halt im Metro bereits für eines der atmosphärischsten Spiele, also die ganze Reihe, aber besonders die ersten beiden Teile, für eine der atmosphärischsten Spielereihen aller Zeiten halte. Wenn du da das Interface ausmachst und rumrennst und hast du diese ganzen taktilen Dinge in der Spielwelt, wo du einen Button hast, um deine Maske sauber zu wischen und deine Arm zu heben, das ganze Interface ins Spiel integriert. Das ergibt so viel Sinn, das mit einem VR-Spiel zu kombinieren. Das finde ich richtig toll. Also da haben wir auch einen Entwickler, der was kann, die jetzt nicht immer die allergrößten, krassesten Titel aller Zeiten machen. Arizona Sunshine 2 ist ja gerade der neuste Release von denen, aber sie machen immer mindestens solide Spiele. Und alleine ein solides VR-Spiel in der Welt von Metro mit den Stärken eines Metro wäre schon großartig und die Hoffnung ist natürlich, dass es nochmal mehr als solide nur ist. Du hast gerade gesagt, atmosphärisch vor allem Teil 1 und Teil 2, aber Exodus findest du doch genauso toll, oder nicht? Oder meinst du spezifisch, weil Teil 1 und Teil 2 in den U-Bahnen noch spielen? Genau das meine ich. Speziell die Atmosphäre, dadurch, dass halt Metro Exodus dann ja auch so, ist kein Open-World-Spiel, aber ist ein größeres Spiel mit ein paar Open-World-Einflüssen, in der man auch mal ein bisschen mehr Totenraum zwischendurch hat, wo man von A nach B reist. Das ist ein mindestens genauso gutes Spiel, wie ich finde, aber Metro 1 und 2 ist wirklich jede Sekunde, in der du spielst, bist du in meist beengten Räumen, die dann oft auch gruselig sind. Und allein dadurch entsteht halt eine sehr einzigartige Atmosphäre nochmal. Das sollte aber nicht heißen, dass ich Exodus deswegen nicht so toll finde. Okay. Ja, ich bin hier sehr interessiert dran. Einerseits natürlich wegen allem, was du gesagt hast mit dem Haptischen, das sowieso schon in den Spielen drinsteckt, das voll viel Sinn ergibt in einem VR-Titel. Aber auch, weil ich hier sehr an Half-Life denken muss, und Metro ist ja eine Spielreihe, die zu teilen von Half-Life inspiriert wurde, was man ja vor allem im zweiten Teil, finde ich, auch sehr stark merkt. Und das ergibt auch hier dann total Sinn, da vielleicht sowas zu bekommen, was in Richtung Half-Life LX gehen würde. Weil ich finde, was wir hier sehen von den Umgebungen, von dem, was halt Atmosphäre verursacht, das sieht so toll aus. Und da würde ich mich richtig freuen, wenn das auch richtig gut wird. Ich bin da immer nur skeptisch, wie bei jedem Metro-Spiel, was die Story anbelangt, weil ich fand die Storys immer doof. Ja. So insgesamt gesehen, was da dann so erzählt wurde. Atmosphäre stuttert, tolles Szenario, auch tolle Momente durchaus, aber die gesamte Geschichte fand ich immer ein bisschen doof. Und da wäre es schön, wenn das dann ein bisschen mehr kann. Ist jetzt auch nicht das, was es unbedingt braucht, aber es wäre einfach nice to have. Ja, bin ich ganz bei. Das Problem ist da auch immer das Voice-Acting ein bisschen gewesen. Da gibt es immer noch Potenzial zur Verbesserung, definitiv. Ja. Wir haben als einen der weiteren großen Trailer und der großen Spiele von der Sony-Show Rise of the Ronin gesehen, von Team Ninja. Das Open-World Nioh, so wie es aussieht. Also, Robben, es lässt mich sehr kalt, das Spiel. Ich weiß auch gar nicht, was das Spiel noch machen soll, um mich irgendwie abzuholen. Aber ich gucke mir diesen Trailer an, ich skippe hier so durch und denke mir so, ja, habe ich gefühlt schon mal gespielt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was bei mir das Problem ist. Und ich glaube, bei uns ist vor allem das Problem, das, was wir gespielt haben, da sind wir jetzt ja nicht die größten Mega-Fans von. Wir können, glaube ich, beide Nioh gleichermaßen wertschätzen, aber haben auch immer ein bisschen den Zugang gesucht zu Nioh und den nie so richtig doll gefunden. Und ich glaube, wenn du dann halt ein Spiel siehst, was sagt, ey, guck mal, ich bin exakt das. Ich nutze teilweise gleichaussehende Animationen, weiß nicht, ob sie wirklich gleich sind, aber zumindest sehr ähnlich aussehende Animationen. Ich sehe grafisch so aus, das Kamsystem sieht so aus, aber jetzt bin ich Open-World. Das ist, glaube ich, dann logisch, dass unser Eins dann so ein bisschen mit den Schultern zuckt und erneut denkt. Das sieht theoretisch cool aus, aber ich persönlich kann da keine Leidenschaft für aufbauen. Das geht mir ganz genau wie dir. Und dann kommt es halt noch am 22. März raus, Robin, am gleichen Tag wie Princess Peach Showtime und Dragon's Dogma 2. Ist es eigentlich immer noch so, dass wir nicht wissen, wer der Entwickler ist von Princess Peach Showtime? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist immer noch, das ist völlig der Wahnsinn. Ja, das wird halt von Nintendo veröffentlicht, aber wir wissen nicht, welches Entwicklerzimmer hinterhersteckt. Da braucht nicht Fehler drüber. Die haben auch ganz komisches Material gezeigt. Also die Trailer zu Princess Peach Showtime wirken nicht wie Trailer, sondern wie B-Roll, die aneinandergerollt wurde. Ja, absolut. Das ist ein komisches Projekt. Voll. Wirkt wie ein Lückenfüller. Ja, aber wie gesagt, 22. März, da sind wir mit Dragon's Dogma beschäftigt. Tut uns Light Rise of the Ronin. So, wieder ein etwas verwirrendes Projekt, das als nächstes ankündigt wurde, nämlich Until Dawn. Das auf PS5 und PC kommen soll, von Ballistic Moon entwickelt, einem Studio, das ja nicht supermassive ist, aber teilweise wohl Original-Devs hat von dem Until Dawn Team. Soll 2024 erscheinen, hat noch keinen erweiterten genauen Release-Termin und ist quasi ein Remaster von Until Dawn. Da frage ich mich dann zwar auch, wie viel ist da wirklich Remaster und wie viel ist dann einfach nur ein Port, der halt besser läuft und höher aufgelöst ist. Aber so richtig viel kann man da noch nicht, glaube ich, zu sagen aus diesem Trailer, den sie da gezeigt haben. Das ist bescheuert. Das ist rückwärtskompatibel. Du kannst das auch, also warum das irgendwas anderes als ein PC-Port. Ja, auf dem PC aber nicht. Warum es da irgendwas mehr ist als das, das erschließt sich mir nicht. Das ist auch so ein Ding, ich habe da mal Vergleichscreenshots gesehen und dann gesehen, ah ja, guck mal, die haben ja wirklich was gemacht so. Aber halt auch, wo ich mir denke, ist das jetzt wirklich besser oder ist das einfach anders? Ich habe da so einen Vergleichscreenshot mit der Maske des Bösewichts gesehen und im Original ist der halt sehr so klar, es ist größtenteils einfach weiß und dann hast du halt diesen komischen Mund an der Maske, der sehr blutig mit großen Zähnen ist. Und in der neuen Version ist es halt detaillierter in der Form, dass sie mehr Cracks hat und es ist alles ein bisschen, aber auch unklarer dadurch. Also es ist einfach ein unterschiedlicher Artstyle in diesem Sinne, aber auch auf so einer kleinen Ebene, dass ich mir halt denke, okay, du hast einfach ein bisschen was anderes gemacht, ohne dass es jetzt besser ist per se. Okay, wofür, ich schätze, weil es für euch ein cooles Projekt ist, weil Sony damit nochmal ein bisschen Kohle machen kann, wenn Sony überhaupt involviert ist, das weiß ich gerade gar nicht, vermute es, aber ja, also keine Ahnung, brauche ich nicht, verstehe ich nicht ganz, sure, I guess. Ja, sie sagen halt Rebuild and Enhanced und basierend auf dem, was sie in der Show gezeigt haben, könnte man auch denken, oh, ist das ein Remake, in der Art und Weise, wie es kommuniziert wurde, aber es geht halt, es ist so zwischen den Stühlen, habe ich das Gefühl und ich glaube, viel mehr Sinn hätte es gegeben, einfach nur zu sagen, ey, das ist ein straight up ein Remaster, hier ist eine höhere Auflösung, hier läuft es ein bisschen besser und hier hast du eine PC-Version, was ja wirklich, die PC-Version hat das Coolste an dieser Ankündigung, dass Leute auf dem PC das dann auch spielen können. Ich halte immer noch ein Remaster von PS4-Spielen auf PS5, ich sehe das einfach nicht, ich sehe einfach nicht, wer sowas braucht. Ja, es hat so ein Schulterzucken, also ich sehe es schon in dem Sinne, dass halt Until Dawn auch ein paar Probleme hatte auf der PS4, in Sachen Performance, in Sachen auch Soundqualität, war ganz seltsam. Das stimmt, ja. Und da kann man durchaus durch ein Remastering nochmal was rausholen, das wäre dann, also ich brauche halt nicht viel mehr als einfach einen Port, der diese Sachen dann verbessert, wenn man das dann schon Remaster nennen will, schon, meine Güte, mach's halt. Aber da sehe ich schon den Sinn, genauso wie ja auch ich den Sinn sehe bei einem Bloodborne-Remaster, das ist ja auch ein PS4-Spiel, an dem man noch viel verbessern kann. Und das ist durchaus möglich, aber ja, es ist eine seltsame Ankündigung, glaube ich, vor allem. Ich glaube, das Projekt ist gar nicht so seltsam, aber die Art und Weise, wie es hier angekündigt wurde, ist, glaube ich, sehr seltsam. So, Robin, dann haben wir das große Finale der State of Play, nämlich Death Stranding 2, das jetzt offiziell nicht mehr einfach nur Death Stranding 2 heißt, sondern Death Stranding 2 on the Beach, das erscheinen soll im Jahr 2025, das haben sie direkt gesagt. Auch nicht nochmal näher eingeschränkt, sondern einfach nur gesagt, nächstes Jahr, was Sinn ergibt irgendwo, weil es wird ja offensichtlich sehr viel sehr groß. Das ist voll der lange Trailer, ich würde euch da auch sehr bitten oder vorschlagen, euch mal die Reaktion anzuschauen von uns, falls ihr das mal so raw erleben wollt, weil das einer der coolsten Trailer war der letzten Monate, den wir so zu sehen bekommen haben. Und auch irgendwie viel mehr ist als ein Trailer, weil es ja so lang ist auch, das ist ja so eine halbe Kurzgeschichte, die da erzählt wird. Typischer Kojima-Trailer. Genau, richtig, richtig krass. Ja, hervorragend, also ganz, ganz toll. Ich mag aber auch sehr, ich mag halt auch sehr, wie anders dieser Trailer ist, als halt andere Death Stranding-Trailer. Gerade die Trailer für den ersten Teils waren ja wirklich auch sehr ruhig, also nicht langsam oder langweilig, aber extrem auf die Atmosphäre aus. Und du hattest diesen Soundtrack dabei von Low-Raw, sehr, sehr atmosphärisch. Und hier hast du halt einen Trailer, der gegen Ende hin halt völlig am Rad dreht und mehr an ein Metal Gear Rising erinnert als ein Death Stranding. Und das alles in eins gepackt zu bekommen, das wird was, was wieder nur von Kojima Productions kommen kann, von diesem großartigen Team, was da hinter den Spielen sitzt. Und ich kann gar nicht mehr drin sein. Ja, es ist wild, was da alles gezeigt wurde. Einerseits auf Story-Ebene, ne, es fängt ja an mit irgendwie Fragiles, komischen Halshandschuhen, die sie unabhängig voneinander bewegen kann und ihre Zigarette anzünden oder so. Und dann aber auch, was ich ziemlich cool finde, du hast diesen ganzen Cinematic-Aspekt dieses Trailers und hast zwischendrin aber auch Gameplay-Elemente. Du siehst, wie du mit Norman Reedus durch die verschiedenen neuen Landschaften gehst, die signifikant anders und auch abwechslungsreicher aussehen als das, was du im ersten Teil hattest. Wo du so durch eine Wüste gehst oder durch dieser eine großartige Shot mit dem riesigen Mond im Hintergrund, den sie da drin haben, sieht mega toll aus. Und dann aber auch spielerische Elemente zeigen, wie das die Flut einen Fluss zum Überlaufen bringt und der wiederum eine deiner Brücken kaputt macht, die du gebaut hast. Wo ganz viele kleine Death Stranding-Bastlerherzen zerbrochen sind in diesem Trailer, weil das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Und dass sowas halt auch in diesem Trailer noch geht, dass du auch so spielerische Elemente zeigen kannst und zeigen kannst, ja okay, es ist immer noch Death Stranding, aber wir gehen da nochmal ran, wir machen da nochmal neue Sachen mit, finde ich total beeindruckend. Total, also die Idee halt, Unwetter und Naturkatastrophen da reinzubringen, das ist so clever, da bin ich so interessiert dran, wie dynamisch es ist, ob es dynamisch ist, ob es passieren kann. Das ist einfach, den Wetterbericht gab es ja schon im ersten Teil, Wetterbericht gab es ja lustigerweise sogar schon im Metal Gear Solid 5, in beiden Spielen jetzt nicht wahnsinnig wichtig, in Death Stranding mehr als in 5. Aber das könnte ich mir halt voll vorstellen, okay, wir wissen, dass es Regenschauer gibt und die nicht aufhören, das heißt, kann sein, dass dieser Fluss zu einem größeren Fluss wird und dass halt die Umgebung dann davon in Leidenschaft gezogen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass das, was wir im Trailer sehen, wo dieser halbe Berg in einem Erdrutsch vernichtet wird, dass das geskriptet sein wird, dass das halt eine bestimmte Sequenz im Spiel sein muss, weil wie sonst sollst du dieses Spiel bauen, dass einfach random Berge verschwinden? Das glaube ich nicht, aber auch das ist ja ganz, ganz toll. Das ist eine so tolle Idee, um halt klassische AAA-Set-Pieces in ein Spielsystem wie das von Death Stranding zu bringen. Ja, Naturkatastrophen, die halt nicht, also du nicht besonders starke Gegner, die du sicherlich auch hast, sondern besonders schwierige Witterungsbedingungen, das ist halt was nur in Death Stranding ein Gameplay-Element in der Form sein kann, beziehungsweise fast nur in Death Stranding, das finde ich richtig toll. Ja, und dann sehen wir am Ende noch Troy Baker, der sein Alice Cooper gibt mit seiner Gitarrenwaffe gegen einen Baby-Mech-Typen. Also es wird scheinbar auch sehr wild. Großartig, also mein Gott, ja. Was Kojima gezeigt hat, weil danach haben wir noch Herman Hulst gesehen, der ja jetzt Playstation-Chef ist und gesagt hat, ja, ich hab den Kojima gebeten, dass er doch mal zum Espionage-Action-Genre zurückkehren soll. Wer weiß, an welches Spiel er dabei gedacht hat. Und da haben sie das dann auch direkt angekündigt. Also haben gesagt, nachdem Death Stranding 2 fertig entwickelt ist, beginnt dann die große Entwicklung am nächsten Projekt. Und das ist dann das Spiel, das momentan Fizzent heißt. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal ummedannt wird. Weißt du, ob das ein Projektname ist? Das habe ich als Projektname verstanden, genau. Ich hoffe es, weil das ist ein komischer Name. Ja, das erinnert mich an das Save-System. Wie hieß denn das nochmal? Das Save-System? Was er für Metal Gear hatte. Oh. Das weiß ich nicht mehr. Ah, scheiße, das weiß ich gerade auch nicht mehr. Kojima hat, weiß ich, auf Twitter geschrieben für den Working Title. Working Title, ja, Gott sei Dank. Ja, genau. Und da wird halt zugesagt, einerseits, dass es halt dieses Espionage-Action ist, also eindeutig eine Metal-Gear-Referenz, die aber dann auch als Spiel, Film und Videospiel zusammenbringen soll und am Ende sind sie halt rausgezoomt aus so einem Sony-Film-Lot, wo sie halt offensichtlich gerade drin waren und irgendwie schon Sachen drehen oder so oder zumindest diese Absichtserklärung damit kommunizieren. Und was bei mir jetzt noch nicht so viele Gefühle auslöst, auch tatsächlich dieses Metal-Gear-Ding nehme ich so, also ja, sure, aber Death Stranding ist so spannend, deswegen, ich weiß gar nicht, wie spannend ich erstmal finde, dass da noch so ein Metal-Gear-Like danach kommen soll. Ich bin voll dabei, also ich bin natürlich gerade auch mitten in Metal-Gear drin, das heißt, ich habe gerade wieder so eine Wertschätzung dafür, wie geil das einfach alles ist und bin da total für zu haben, zu sehen, okay, was heißt das? Was heißt das, wenn er eine neue IP mit neuen Figuren macht, die aber offensichtlich, wenn er könnte, mit League of Solid 6 sein würde? Das finde ich total spannend halt zu sehen und ich bin da so okay mit, weil es halt dann kommt, nachdem sie schon Death Stranding 1 und 2 gemacht haben. Das heißt, wir haben halt schon was bekommen, was völlig unwahrscheinlich und für uns auch unvorstellbar wäre, ein Projekt, was nur in dieser Form von diesem Studio kommen kann. Das heißt, dann halt zu sehen, okay, und jetzt machen wir aber auch noch eine Neuinterpretation 15 Jahre nach meinem letzten Spiel dann quasi dieser Art, weil wir sind halt 15 Jahre raus und für sind wird sicherlich nicht vor Ende der 2020er, wenn sie über 2030 rauskommen. Das heißt, wir sind 15 Jahre später und dann halt zu sehen, okay, was macht dieses Team dann daraus? Da bin ich extrem gespannt, ein etwas klassischeres Actionspiel, ein Stealth-Action-Spiel in ihren Händen zu sehen, weißt du? Weil Death Stranding und ja auch, was auch immer OD sein wird, ja dann nochmal was sehr Eigenes sind. Ja, bei mir schwingt die ganze Zeit diese Wehmut über P.T. und Silent Hill mit, dieses Horrorspiel, das wir nicht bekommen haben. Und wir kriegen ja OD, aber davon weiß ich noch so wenig und das, was ich weiß, sieht nicht so toll aus oder beziehungsweise wirkt erstmal nicht so toll, wie das, was ein Silent Hills hätte sein können. Und ich frage mich halt, wie viele Spiele kriegen wir denn noch von Kojima, die so in der Größenordnung sind, weil er ist ja 60 Jahre alt, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, also wer weiß, wie lange er das noch macht. Macht er das, bis er nicht mehr kann? Keine Ahnung. Geht er irgendwann in den Ruhestand? Weiß ich überhaupt nicht. Das klingt für mich sehr wie, das muss eigentlich sein letztes in Regie geführtes Spiel sein. Er nennt es Culmination, er sagt selber, es ist der Höhepunkt seiner Karriere. Genau, das ist, ne, Culmination ist halt, ne, das klimaktische Ende, hier ist es. Ob es dann so ist, dass, ich meine, nichts hat eine größere Tradition in Filmen und Spielen als große Regisseure und Künstler, die ihr letztes Projekt ankündigen, nur um dann noch 15 Jahre weiter Projekte zu produzieren. Vor allem auch, wie viele Metal Gear Solid sollten schon das letzte Metal Gear Solid sein? Ja, ganz genau, das hat ja auch Tradition bei ihm. Ähm, ich bin mir sicher, er wird bis zu seinem Lebensende wie ein, äh, Miyazaki, äh, weiter an Spielen in seinem Fall arbeiten. Aber, ähm, ich glaube halt, um als Regisseur, als Director für diese Spiele zu fungieren, als leitende Persönlichkeit, die bei den ganzen Motion Capturing-Aufnahmen dabei ist, die produziert, die schreibt, äh, da wirst du irgendwann vielleicht mit Mitte 70 dann mal sagen müssen, oh, das wird gerade ganz schön schwierig, äh, allein physisch. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass wir dann mit diesem Titel so den Abschluss dieser traditionellen Kojima-Karriere zu sehen bekommen, ähm, um dann vielleicht halt, äh, ihn eher in der Rolle als reiner Writer oder reiner Producer, äh, zu sehen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und das war dann die State of Play. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht über jedes Spiel geredet, aber das war so die Show insgesamt. Wie gesagt, qualitativ sehr schwankend, äh, vor allem durch diese, auch Silent Hill-Sache, die da in der Mitte steckte, die sich als reiner Flop herausgestellt hat, leider Gottes. Aber mit Death Stranding gut was rausgeholt, habe ich das Gefühl. Getragen von Death Stranding. Absolut. Das war, das war ein, das war ein cooles, cooles Ding insgesamt. Genau. Okay, machen wir weiter mit den News, denn es gibt immer noch einiges, über das wir reden müssen. Denn natürlich, Robin, natürlich haben auch Embracer wieder zugeschlagen in der letzten Woche. Bloomberg hat nämlich berichtet, dass nachdem es zwei Jahre in Entwicklung war, Embracer das neue Deus Ex-Projekt bei Eidos Montreal gecancelt haben soll. Und dabei auch ein Teil des Teams von Eidos Montreal entlassen wird. Inzwischen gab es dann auch einen Tweet von Eidos Montreal, in dem sie zumindest die Entlassung bestätigen und sagen, 97 Leute aus verschiedenen Abteilungen mussten im Zuge der Umstrukturierung und industriellen Umständen, blablabla, das Studio verlassen von Deus Ex ist da jetzt noch nicht die Rede. Davor, ganz witzig, am 23. Januar, also gerade mal vor zwei Wochen so in etwa, gab es noch einen Tweet mit einer Jobsuche, mit einer Jobanzeige, wo gesagt wird, wir brauchen VFX Artist, Technical Animator, Technical Game Design, Game Writer. Das haben sie da alles noch gesucht. Ich glaube, das ist nicht mehr so aktuell. Und passt sehr ins Bild von dem, was wir über Embracer wissen, weil diese ganzen Projekte abgesägt werden, die nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre oder zumindest in absehbarer Zeit einen Profit abwerfen würden. Deus Ex ist aber echt eine krasse Hausnummer, ey. Das ist eines der großen. Wir dachten ja erst, die großen Spiele sind safe, aber scheinbar nicht. Ja, es ist, like, okay, dann bespart ihr jetzt gerade euer Geld. Wird diese Firma dann so in vier Jahren auf seine Entwicklungslade gucken und sich so Surprise-Pikachu-Face machen? Und denken, warte mal, wir kriegen ja gar kein neues Geld. Oh, wir haben ja alle Spiele gecancelt. Also, es ist ja gerade wirklich so. Die Entwicklerstudios und alles, was mehr als ein, zwei Jahre raus ist, wird so komplett durch die Bank weg abgeschlachtet und gekündigt, dass doch irgendwann auch mal die Idee kommen muss, oh, warte mal, selbst wenn wir die nächsten ein, zwei Jahre überleben, haben wir in drei, vier Jahren nichts mehr, was weiterhin Geld reinbringt. Was macht er dann? Könnt ihr dann wieder Leuten, dann merkt ihr, oh, scheiße, jetzt haben wir gar keine Firma mehr. Absolut bescheuert uns halt zu sehen, dass dieses, ja, gebeutelte Studio die Chance dann bekommt schließlich, nach Mankind Divided an Deus Ex weiterzuarbeiten und dann das gecancelt zu bekommen, das ist wirklich, das ist tragisch. Das sehen Sie vor allem gerade erst mal 2022 akquiriert wurden, ne? Das ist ja nicht mal lange her. Das ist ja bei Embracer teilweise das Frustrierende, dass diese ganzen Akquisen relativ vor kurzem stattfanden und dann jetzt so schnell Sachen abgesägt werden, weil sie dann halt die Entscheidungsgewalt haben und einfach sagen können, nee, wir müssen jetzt sparen, tschüss. Und ja, vielleicht geht's Embracer sogar nochmal eine ganze Ecke schlechter, als wir dachten, weil es ja einfach nicht aufhört. Ne? Also es ist ja, es ist ja so ein Kahlschlag auf so großer Fläche, wo ich mich auch frage, ähm, funktioniert der denn? Weil wie du schon sagst, was machen wir denn dann? Was sind denn das dann für Spiele, die noch entwickelt werden? Und was ist denn das dann noch für Geld, das überhaupt noch reinbekommt? Ist überhaupt garantiert, dass die diesen Umschwung hinbekommen? Und was, wenn nicht? Ne? Also gibt es eine Realität, an der Embracer daran zerbricht? Der Umschwung wäre ja sowieso nur praktisch für Embracer. Der Schaden wird ja gerade an der Industrie und an den Mitarbeitenden vollumfassend weitergeleitet, um halt, ne, um halt das Firmenkonstrukt, die die ganzen Rechte an den ganzen Spielen behält, zu retten. Ähm, aber der Schaden ist ja so oder so da. Natürlich kann auch noch deutlich mehr Schaden dann, ähm, ja, entstehen, wenn halt noch dann der Rest gekündigt wird. Das System ist natürlich so. Aber, ähm, jetzt schon zu sehen, wie diese ganzen, also, ne, diese Freude, die letztes Jahr durch die Industrie ging, als absehbar war, dass wir tatsächlich, äh, eine Firma haben, die was mit Deus Ex machen möchte. Und nicht wie bei Square Enix halt, dass gerade ja auch erst gecancelt hat, dass daran weitergearbeitet wird. Und, ähm, und jetzt halt ein Jahr später da zu stehen und zu sehen, nope, äh, ist auch gecancelt. Ja, es ist einfach, äh, extrem bitter. Es ist extrem bitter, in der Tat. Und bitter machen wir direkt weiter, Robin, denn bei Sega of America gab es ebenfalls Layoffs. 61 Mitarbeitende wurden dort entlassen, äh, und zwar als Teil von Segas Plan, Teilzeitbeschäftigte, äh, loszuwerden. Es gibt ja eine Gewerkschaft, die Aegis-Gewerkschaft, die sich da einsetzt für die Rechte ihrer, der Mitarbeitenden bei Sega, äh, die sich vorher wirklich dafür eingesetzt haben, dass Teilzeitbeschäftigte zu Vollzeit befördert wurden. Zuvor hat nämlich Sega bereits Pläne geäußert, dass sie zum Beispiel Teile des Lokalisierungsteams verstärkt outsourcen wollen. Aegis sahen dann die Jobs bedroht bei Sega of America, was jetzt bestätigt wurde durch die Tatsache, dass halt 61 Teilzeitbeschäftigte, äh, wirklich entlassen wurden. Also auch da ganz großer Mist und auch vor allem noch in Zusammenhang mit einer, äh, ja, mit Union-Busting-Vorwürfen, die sie sich ja Ende letztes Jahres schon, ähm, gegenüber sahen, was ja auch nichts Neues ist in dem Bereich, ne. Wir haben zwar die eigentlich ja erfreuliche News gehabt in den letzten Jahren, dass es immer mehr Gewerkschaftsbemühungen auch innerhalb der amerikanischen Spieleindustrie, äh, gab. Und zwar teilweise auch mit Erfolg. Aber dass das alles nicht ganz so smooth läuft in jedem einzelnen Fall, wird hier nochmal deutlich. Äh, ja, ganz schön scheiße. Ich weiß gar nicht, wie wir noch das Spannender, ähm, darstellen wollen, weil wir können ja nur die furchtbaren, die miesen News es der Industrie weitergeben. Aber das ist natürlich nochmal ein besonders, ähm, äh, bitteres Schmankerl rund um die Gewerkschaft, die da, äh, was ja sehr, also was ja auch illegal ist, auch dort, ne, konkret Leute zu kündigen aufgrund ihrem Versuch, eine Gewerkschaft zu gründen oder auch der aktiven und erfolgreichen Versuch, eine Gewerkschaft zu gründen. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, das zu verkaufen, dass man das eben gar nicht wegen der Gewerkschaft gemacht hat, sondern dass es Zufall ist, dass die ganzen Leute aus der Gewerkschaft jetzt auch leider gekündigt wurden. Ähm, ich glaube, die Intention ist hier deutlich. Und das alles so kurz nach dem Release von, äh, Like a Dragon und Persona zu sehen, wo ja das, äh, nordamerikanische Team auch viel Arbeit in Übersetzung und so etwas reinsteckt, ist besonders bitter. Weil ja auch beide Spiele super laufen gerade. Ja, es ist, es ist wirklich bitter. Es ist halt auch schade zu sehen, weil im letzten Jahr hat Aegis, hatte ich nochmal nachgeguckt, auch wirklich versucht, ob man dann dagegen vorgehen kann, weil dieses Union-Busting, wie du ja sagst, äh, illegal ist. Und dass man da, dass es eigentlich Schritte gibt, die man da unternehmen kann. Ich hatte jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas bei entstanden ist. Und offensichtlich hat es ja bisher noch nicht zu nichts geführt. Nee. Äh, ich weiß auch nicht, ob da jetzt, was die zukünftigen Bemühungen sind, äh, das Letzte, was sie getweetet haben, die Aegis, sind halt die Tatsache, dass hier Leute entlassen wurden und dass das halt leider nicht geklappt hat. Dass sie sich aber weiter für die Rechte der Arbeitenden einsetzen. Also mal gucken, ob das noch zu irgendwas führt. Ja. So, wir reden jetzt nicht mehr über Entlassung, Robin. Sondern, also nachher kommt es nochmal kurz als Seitenthema. Aber als nächstes geht es erstmal um eine Absorption, nämlich um Tokyo RPG Factory, unser allerlieblings JRPG-Studio. Das ja eine, ein Tochterunternehmen ist von Square Enix, wurde 2014 gegründet. Die gehören also zu Square Enix, waren aber innerhalb von Square Enix eine separate Entität. Sind sie jetzt nicht mehr. Also die Tokyo RPG Factory gibt es nicht mehr. Die wurden wieder reintegriert in Square Enix und absorbiert. Und die ganzen Verantwortungen, die damit zusammenhängen, sind jetzt halt bei Square Enix. Aber diese einzelne Division, die Tokyo RPG Factory, existiert nicht mehr. Deren letztes Spiel war Oninaki 2019. Ihr erstes Spiel war I Am Setsuna. Und alle diese Spiele, die sie gemacht haben, waren ja jetzt nicht, das waren ja relativ kleine Spiele. Und die haben jetzt, glaube ich, nicht diese Mega-Hits produziert. Und sind ihrem Namen leider auch sehr gerecht geworden. Ich glaube, das wundert niemanden so richtig, dass das nicht auf ewig hielt. Ich habe halt sehr das Gefühl, die sollten das eigentlich machen, was dann so Spiele wie Octopath Traveler viel erfolgreicher gemacht haben. Nämlich halt diesen alten Vibe von alten Spielen in die Moderne zu bringen. Aber die drei Spiele, die von innen produziert waren, waren halt eher, also haben jetzt gar nicht so sehr den Vibe von klassischen JRPGs mir gegeben. Sondern einfach wie etwas günstig produzierte, moderne JRPGs. Wirkten wie Indie-Spiele im Wesentlichen. Ja, genau. Und waren ja auch, was waren das, zehn Leute oder so ursprünglich in dem Team? Es war ja wirklich auch ein kleines Team. Ja, und jetzt, wie du sagst, das letzte Spiel ist jetzt eh fünf Jahre her. Obwohl die ja eigentlich klassischerweise auch kurze Entwicklungszeiten haben, weil es kleine Spiele sind. Und deswegen habe ich jetzt eh schon eigentlich gedacht, dass die wahrscheinlich nicht mehr so viele machen werden in Zukunft. Und das hat sich jetzt ja auch ergeben. Also war ein, ich finde es schön, dass sie das Experiment ausprobiert haben. Aber alle drei Spiele wirkten wie sehr verpassbare Titel, die mir jetzt nichts geben, was ich unbedingt spielen muss. Deswegen kann ich jetzt auch nicht super traurig sein. Vor allem, weil ja auch scheinbar niemand gekündigt wurde, wie du sagst. Sondern die Leute einfach in Skrillex wieder reinterpretiert wurden. Und unseres Wissens nach sind da jetzt zumindest keine Kündigung mit einhergegangen. Aber ich fand I Am Setsuna damals noch ganz interessant, weil das war atmosphärisch ein ganz tolles Spiel. Das hat ja diesen kompletten Piano-Soundtrack, der echt toll ist. Und diese winterliche Atmosphäre zu großen Teilen oder diese herbstliche Atmosphäre teilweise auch. Und das, weiß ich nicht, das war irgendwie sehr gemütlich. Es war halt sehr seicht. Also es wurde dann ein bisschen langweilig. Und auch die Story war so ein bisschen, ja okay, I get it. Und da dachte ich aber noch, das ist ein Punkt, auf den man aufbauen kann. Und die Spiele danach fand ich alles sehr uninteressant. Absolut, genau. Ich habe auch I Am Setsuna mal kurz angespielt, wenn ich mich richtig erinnere, kann mich aber wenig erinnern. Und die anderen beiden habe ich dann, glaube ich, auch gar nicht mehr gespielt. Ja. Was ist aber ganz lustig an der Sache ist, dass das Gleiche schon mal passiert ist bei Square Enix mit Luminous Productions. Die Leute, die ja bei Final Fantasy 15 mitverantwortlich waren. Wo ja wiederum Hajime Tabata einer der Chefs war, der ja dann nach Final Fantasy 15 gesagt hat, tschüssi, ich mache mein eigenes Ding. Und dessen Studio namens JP Games haben jetzt ihr neues Spiel angekündigt. Und noch nicht groß, es gibt noch keinen Trailer, es gibt noch nicht wahnsinnig viele Informationen. Wir wissen aber den Namen, der erstmal nur vorübergehend sein soll. Der heißt Schala, S-H-A-L-L-A-H. Schala. Es soll ein Rollenspiel für Erwachsene werden, so bezeichnen sie es wirklich. Eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Es gibt ein erstes Artwork, das so eine große Stadt beim Mondlicht zeigt. Und mehr noch nicht. Die Enthüllung des Projekts soll folgen, so wie es halt weit genug fortgeschritten ist. Und wir wissen, dass es eine Koop ist mit Quantum Solutions für die zugrunde liegende Tech, weil da eine proprietäre Engine wohl zum Einsatz kommt, wo auch KI eine Rolle spielt. Und es gibt halt den Satz oder zumindest dieses Feature, die KI soll in der Lage sein, Emotionen der Spielenden zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Ich habe gar keine Ahnung, was das heißt, Robin. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Aber das ist etwas, das in diesem Spiel steckt. Das klingt für mich wie sehr bescheuertes unsere, wir haben eine KI, die Dialoge von Charakteren schreiben kann, sodass sie darauf reagieren, wie du, was auf deine Antworten. Du sagst quasi, ah, ich bin traurig. Und dann kann die KI einfach reagieren. Weißt du, es muss kein Mensch mehr schreiben, oh, es tut mir leid, dass du traurig bist. Sondern eine KI kann irgendwie eine Dialogzeile aus Final Fantasy VII kopieren. Das ist doch geil. Also das ist jetzt natürlich eine sehr bösartige Interpretation davon. Aber weil man ja auch sagen muss, man muss mit seiner, also KI wird überall genutzt bei der Videospielentwicklung. Jetzt mal ganz unabhängig davon, was aktuell die Sachen sind. Das ist fast nie das, was KI eigentlich heißt. Das sowieso, genau, ist es total das Buzzword. Aber auch, wenn wir darüber reden, so was wie Speedtree. Einfach prozeduale Generation. Das sind ja alles einfach Sachen, die über eine, was wir als KI bezeichnen, einen Automatismus halt passiert. Deswegen müssen wir mal gucken, was das heißt. Ich finde es ziemlich lustig, im Jahr 2024 noch irgendwas als Rollenspiel für Erwachsene anzukündigen. Im Gegensatz zu was? Zu Final Fantasy XV. Ich habe das Gefühl, das ist ein Dick gegen Final Fantasy. Weil wieso machst du das denn? Du hast vorher Final Fantasy gemacht und sagst jetzt, jetzt mache ich aber ein Rollenspiel für Erwachsene. Also nicht sowas wie Final Fantasy. Ja, naja, vermutlich. Komisch. Also das klingt also irgendwie ein Spiel für Erwachsene, egal welchem Genre. Das klingt für mich so sehr wie Mitte der 2000er. Da sind wir so weit schon drüber hinweg. Das finde ich erst ziemlich lustig. Also David Cage hat das nickend angenommen und gesagt, ja, so wie ich, ich mache auch Spiele für Erwachsene. Ich bin der eine Writer, der Emotionen erzeugt. Das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Genau, echte Emotionen. Die auch bei Quantic Dream bestimmt auch irgendwann mit KI gemacht werden. So Robin, wir kommen mal kurz zu Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! feiert nämlich sein 25-jähriges Jubiläum. Oder ist zumindest im Zuge, das zu feiern. Oder es steht kurz bevor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es Events rund um das 25-jährige Jubiläum. Unter anderem gab es im Zuge dessen zum Beispiel so ein Event, wo man ein VR-Spiel, ein Yu-Gi-Oh! VR-Spiel spielen konnte, was wohl auf einer Quest 3 gezeigt wurde. Aber das ist kein separates Spiel, das unseres Wissens nach so offiziell sich in der Wiggelung befindet. Zumindest von dem, was ich finden konnte. Sondern war an dieses Event gebunden. Aber es wurde im Zuge dessen auch eine Collection angekündigt für die Switch und für Steam, die bisher nur für Japan angekündigt wurde, namens die Early Days Collection. Wo auch noch nicht genau gesagt wurde, welche Spiele da drin sind. Wir wissen nur, dass es diverse Game Boy Color-Spiele sind und Game Boy Advance-Spiele. Also das ist dann mit Early Days gemeint. Da wurden Spiele gezeigt, die bei uns gar nicht erschienen sind. Obwohl bei uns ja diverse Yu-Gi-Oh!-Spiele erschienen sind. Aber es gibt halt so viele davon. Und ich habe halt, ich weiß, ich habe auf dem Game Boy Advance zwei davon gespielt. Sogar richtig viel gespielt. Ich hatte ansonsten früher PC-Spiele. Diese Power of Chaos Collection, die fand ich ja ganz toll. Und vor jetzt gerade erst den, vor ein paar Wochen, habe ich mal auf dem Game Boy ein Yu-Gi-Oh! gespielt. Auf dem Game Boy Color, das wahnsinnig tolles Pixel-Art hat. Also wirklich hervorragendes Pixel-Art. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das halt so die Titel sind, die dann da reinkommen. Aber wir wissen noch nicht, ob das überhaupt bei uns erscheinen wird. Weil gerade wenn da Spiele drin sind, die bisher noch nicht bei uns erschienen sind, die werden sie, glaube ich, nicht nochmal neu übersetzen. Aber doch. Da würde ich, also da, das verstehe ich sehr anders als du. Meinst du, ja? Sie haben ja eine englische Pris-Emerzahlung rausgebracht, wo sie ja explizit sagen, together with games that weren't previously released in the West. Warum sollten sie das ankündigen, dass sie eine Collection machen mit Spielen, die vorher noch nicht im Westen erschienen sind? Gibt es da eine englische Pressemitteilung zu? Weil die hatte ich noch nicht gesehen. Habe ich gerade mir mal kurz ergoogelt auf der englischen Konami-Web-Requise. Ach cool, okay. Als ich mir die, als halt die News rauskam und ich mir diese Notiz hier gemacht habe und mir die Sachen rausgeschrieben habe, da gab es das bisher nur in der japanischen Ankündigung. Da hatte ich jetzt nicht nochmal gecheckt. Aber das ist ja super. Weil dann würde ich auch sagen, okay, dann kriegen wir vielleicht hier auch Spiele, die wir noch gar nicht bekommen haben. Und das wäre richtig spannend. Genau, und das eine davon ist halt angekündigt, dieses Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 Battle of Great Duelist. Das finde ich schon ganz lustig, dass das eine Spiel in dieser Collection, was bisher angekündigt ist und die frühesten Titel der Reihe inkludieren soll, eine 4 im Namen hat. Ja, weil sie dann vielleicht die besten nehmen wollen. Ich weiß es nicht so ganz. Ja, aber da haben wir schon ein Spiel. Doch, Yu-Gi-Oh! ist doch Konami, ne? Ist das eine Konami-Collection? Ja, genau. Und die Konami-Collections waren ganz cool in der Vergangenheit. Die Metal Gear Solid Collection hat halt ihre Kritikpunkte, aber die 2D-Collections, die sie davor gemacht haben, haben alle ein sehr hohes Niveau. Deswegen könnte ich mir das hier durchaus auch wieder vorstellen und wäre da sehr viel zu haben. Ja, das ist eine coole Sache. Also diese Nostalgie, die für einige dieser Gameboy-Titel herrscht, die gibt es ja bei mir genau wie bei dir. Deswegen finde ich das auch ganz gut. So, die letzte Sache, Robin. Da geht es jetzt wieder, da geht es um Ports und um nicht erschienene Ports und da wird es ein bisschen größer. Also es sind nämlich, es ist zweigeteilt, die Story. Zum einen gibt es gerade Gerüchte und Data Mining und verschiedene Plattformen wie The Verge und Xbox Error, die darüber berichten, dass Xbox wohl konkrete Pläne haben soll, neben Spielen wie Hi-Fi Rush, über das wir ja schon mal geredet haben, wo es ja schon mal einen Leak zu gab, dass das auf die Switch kommen soll, auch weitere Spiele auf andere Plattformen zu bringen, wie zum Beispiel die PlayStation 5. Dazu gehören Spiele wie Starfield und Indiana Jones. Also wirklich große Titel, die möglicherweise Monate nach ihrem Xbox-Launch dann auch auf anderen Plattformen launchen könnten. Was halt die Zukunft und die Dynamik von Xbox-Exclusives extrem verändern könnte. Vor allem, wenn es auch wirklich so große Titel inkludiert. Und das finde ich ist sehr spannend, weil es halt wirklich eine industrieweite, eine industrieweite Schlag sein könnte. Ja, weil die Auswirkungen davon ja dann nicht auf die Spiele reduziert sein werden. Und da ist es auch wieder so, sehr wahrscheinlich werden wir vielleicht sogar heute, wahrscheinlich aber mindestens diese Woche, da auch offiziell was hören. Darüber ist aktuell die Ansage, dass da die Ankündigung kommen könnte, vermutlich dann auch konkret zu Hi-Fi Rush, aber eben auch die generelle Änderung der Herangehensweise, die ja auch im direkten Widerspruch zu dem steht, was bisher angekündigt war. Es wurde ja sehr offensiv halt auch dann gesagt, dass halt so Titel wie sein Starfield oder Indiana Jones halt exklusiv sein können. Nun war, wenn ich das richtig recherchiert habe, dass Ende letzten Jahres die Verkäufe der Hardware von Xbox so schlecht wie seit 2006 nicht mehr. Und das nur wenige Monate nach dem Release von einem Spiel wie Starfield. Und das wirkt auf mich jetzt wie eine panische Reaktion darauf, wo gesagt wird, holy shit, okay, das funktioniert nicht. Dann müssen wir doch zumindest das Geld mit diesen Spielen machen, das wir machen können, weil da natürlich Millionen und Abermillionen liegen gelassen werden, wenn man halt ein Spiel wie Starfield nicht auf der Playstation 5 veröffentlicht. Das ist natürlich ganz klar. Es wirkt für mich aber auch wie ein Aufgeben für das Konsolen-Business. Denn wenn größtenteils, und wenn wir über Spiele wie Starfield und Spiele wie Indiana Jones reden, dann reden wir über die größten Exklusivtitel, die Xbox aktuell hat. Und wenn diese Spiele dann bekannt, weil es bei diesen Spielen bekannt ist, dass sie ein paar Monate später auf die Playstation 5 kommen, dann gibt es keine für mich erdenkliche Existenzberichtigung mehr für die Xbox-Konsole. Weil wenn die Xbox als Konsole einfach nur eine Playstation 5 ist, ohne die Exklusivtitel der Playstation 5 und mit Game Pass, dann kann ich nicht sehen, dass irgendjemand sich die Next-Gen-Xbox statt eine Next-Gen-Playstation holen wird. Warum? Wenn du einfach die gleichen Titel auf der Playstation 5 bekommst, plus die zahlreichen Exklusivtitel auf der Playstation 5, dann wärst du ja bescheuert, nur wegen Game Pass die eine Xbox zu kaufen. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch scheinbar in Microsofts Interesse ist, Game Pass auf Nintendo- und Sony-Konsolen zu bringen. Und das wiederum hat dann natürlich weitere große Auswirkungen. Sollte dann eine Xbox-Konsole sich nicht mehr lohnen, irgendwann wird es keine Xbox-Konsole mehr geben. Und dann hast du nur noch Sony und Nintendo, die in unterschiedlichen Arealen der Industrie arbeiten. Das heißt, du hast dann keinen direkten Konkurrenten mehr für Sony. Und allein die direkte Konkurrenz ist dafür verantwortlich, dass die Playstation 4 so was Tolles im Vergleich zur PS3 war. Nämlich weil die 360 so toll aufholen konnte im Vergleich zur PS3. Und wiederum die PS4 ist einfach der einzige Grund dafür, warum die Xbox One nicht mit dem Ganzen durchgekommen ist, was sie versuchen wollten. Und das ist eine schlechte Nachricht für Konsumenten, wenn halt es einen direkten Competitor weniger geben sollte. Und ich sehe keinen so richtig anderen Weg, wo das hinführen könnte, als dahin. Vielleicht hast du da eine andere Ansicht. Naja, es ist jetzt halt so, es ist sehr weit gedacht erst mal. Weil es halt, du nimmst ja im Wesentlichen das, was wir bisher erlebt haben und ziehst die Konsequenzen daraus. Und was wir bisher erlebt haben, ist halt, dass diese Konsolenexklusivität immer weiter erodiert wurde von Xbox. Einerseits mit den PC-Releases, die parallel stattgefunden haben, mit dem verstärkten Fokus darauf, dass du Xbox-Spiele überall spielen kannst, nicht nur auf der Xbox, durch dieses Play Anywhere und durch die Streaming-Sache und sowas, wo ja Xbox immer mehr selber in die Richtung gegangen sind, zu sagen, Xbox als Plattform ist nicht die Konsole, sondern da, wo du halt Xbox drauf spielst. Also Xbox kann alles sein, so nach dem Motto. Und das, finde ich, ist ja konsequent dann zu sagen, ja, okay, wir machen dann auch hier weiter mit den Spielen. Aber ich frage mich, ob das jetzt bedeutet, okay, gewisse Kerntitel werden auf andere Plattformen erscheinen, aber sowas wie Halo und Forza bleiben Xbox exklusiv. Oder heißt das wirklich, wir sind ja, machen den ersten Schritt dahin, dass Microsoft einfach ein Third-Party-Publisher wird, auch für andere Plattformen wie Nintendos oder Sonys Konsolen. Weil dann ist es auf jeden Fall so, dass die Xbox als Konsole halt höchstens noch durch ihren Preispunkt oder durch andere Features Leute ranholen könnte, auch mit den ganzen Zugehnlichkeitsfeatures, mit den Controller und dem ganzen Kram. Da gibt es ja durchaus immer noch Argumente zu. Aber sie wird ja sowieso immer kleiner. Also in Europa ist es ja sowieso so, dass die PlayStation schon immer regiert, schon während PS3-Zeiten, wo es eigentlich die Xbox 360 der König war, zumindest für lange Zeit, bis sich das dann ausgeglichen hat. In den USA, genau, ja. Genau, in den USA waren sie, aber auf jeden Fall der King. Und das ist halt total spannend. Ich finde das richtig spannend. Ich glaube, was ich halt erst sagen wollte, war, dass du damit sagen willst, dass wir wieder Platz haben für eine Sega-Konsole. Ja, dass ich schlechte Nachrichten, glaube ich. Wenn es wirklich so ist, dass dieser Konkurrenzgedanke verschwindet und es quasi als Konsole nur noch diese eine Wahl gäbe, wenn wir das jetzt wirklich mal zu Ende denken und das würde so kommen, wie du sagst, dann denke ich auch, das ist etwas Negatives, weil du brauchst die Konkurrenz. Und die Konkurrenz hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass beide Plattformen besser wurden gegenseitig, immer abwechselnd, teilweise auch parallel. Und Nintendo ist schon immer so an der Seite und hat so, also nicht schon immer, ab der Wii haben sie eigentlich so an der Seite existiert, nicht mehr in direkter Konkurrenz, sondern haben immer etwas anderes gemacht, wo du nie so richtig wusstest, okay, was kommt da als nächstes. Aber ich finde, es ist eine total interessante Entwicklung, weil ja auch PC-Gaming sich parallel so sehr verändert, weil es immer mehr dieser Handhelds gibt. Es gibt ja nicht nur das Steam-Deck, sondern auch zahllose andere PC-Handhelds, auf denen du halt Steam laufen hast, sodass es schon lange nicht mehr heißen muss, ich spiele auf einem PC, heißt, ich spiele auf einem Tower-PC, der neben mir steht an einem großen Monitor. Sondern du kannst halt überall deine PC-Spiele spielen. Und ja, da sind wir, glaube ich, gerade in einer sich verändernden Industrie, wo ich jetzt nicht so richtig sagen könnte, okay, wie sieht das denn in zehn Jahren aus? Aber ich würde jetzt, ich denke, ich würde jetzt erst mal die News abwarten, mal gucken, okay, was ist denn der Plan? Heißt das einfach nur, wir kriegen halt Xbox-exklusive Spiele von Bethesda ein halbes Jahr, nachdem sie auf der Xbox erschienen sind, auch auf der Playstation. Und das ist eher so der Modus, den wir fahren. Keine Ahnung. Genau. Da werden wir bestimmt im Laufe der Woche schon dann mehr zu hören. Ich glaube, was mich da, also ich will ja natürlich auch betonen, der Grund, warum ich das als potenziell schlechte Nachricht interpretiere, ist natürlich nicht, weil mehr Leute diese Spiele spielen können und man sich denkt, das soll exklusiv ist gut und so Konsolkrieg, es geht mir komplett nur darum zu überlegen, das ist ein Move, der in meiner Interpretation aus einer Position der Schwäche herausgemacht wird. Es ist nicht so, dass Microsoft stark dasteht und also mit Xbox generell steht Microsoft am stärksten da, weil es gerade die wertvollste Firma der Welt ist, aber das Xbox-Business konkret steht gerade in einem Moment der Schwäche. Es macht immer noch Geld, es macht nicht so viel Geld, wie es machen soll, aber es macht Geld, es ist nicht so, dass sie Verluste mit Xbox schreiben, aber im Vergleich zu seinen Konkurrenten verliert es mehr und mehr und mehr an, es verliert den Anschluss einfach an Playstation, wenn es um die Konsolenverkäufe geht. Und aus dieser Motivation heraus, das dann zu machen, quasi um dieses Business auf Vordermann zu bringen, um es gewissermaßen zu retten, das wirkt dann für mich, als ob es eine kurzsichtige Lösung dafür ist, die, wenn ich es langfristig betrachte, negative Konsequenzen haben kann für eben dieses Konsolen-Business, weil halt Sony dadurch ein nur noch stärkerer Marktführer werden kann mit ihren Konsolen, mit ihren Hardware-Verkäufen. Und das wiederum eben, wenn wir einen ganz starken Konsolenverkäufer haben in dieser Zweier-Konstellation, das ist halt schlecht. Und da ist es egal, ob es Sony ist oder ob es Microsoft ist. Denn aus dieser Position hat Sony heraus die PS3 und Xbox heraus die Xbox One gemacht. Beides war schlecht für den Konsumenten. Da hattest du den Konkurrenten, der dann reingespoupt ist und wieder was Positives für den Konsumenten draus gemacht hat. Und ja, wenn es diese Konkurrenz nicht mehr gäbe, dann haben wir nur das Negative für den Konsumenten. Das ist die Perspektive heraus, von der ich da komme. Ich finde es natürlich super, wenn mehr Leute Starfield und wenn mehr Leute Indiana Jones spielen können. Und das finden sicherlich auch die EntwicklerInnen super. Das ist ja kurzfristig auf jeden Fall ein Net Benefit. Ich habe kein Vertrauen in das Management von Xbox in irgendeiner Form, dass hier etwas gemacht wird, was gut für diese Firma oder für die Industrie ist. Weil für mich wirkt das wie die letzte Konsequenz einer seit zehn Jahren völlig fehlgeleiteten und unerfolgreichen Business-Strategie, die es nicht schafft, auf den Fuß zu kommen. Nachdem wir viele, viele Jahre dem hinterher gehechelt sind von jetzt bald kommt das endlich. Jetzt bald gibt es die Früchte. Jetzt bald werden sie quasi zu diesem starken Konkurrent werden, den wir alle erwarten eigentlich. Und stattdessen kommt Misserfolg nach Misserfolg nach Misserfolg. Und ein weiterer First-Party-Titel wird in den Sand gesetzt. Halo, Mass Effect, Halo, Forza, Motorsport. Und das hört irgendwie nicht auf. Und das wirkt jetzt wie die Konsequenz daraus. Und das finde ich ganz schön bitter. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das ja so ein bisschen der springende Punkt ist. Weil du guckst halt zu PlayStation und fragst dich ja, warum funktioniert es denn bei PlayStation? Und die Antwort ist doch, ja, wegen dem krassen First-Party-Line-Up. Absolut. Oder nicht? Ja, natürlich. Weil PlayStation halt so was hat wie Naughty Dog und Insomniac. Ja, wir wissen ja aus den Leaks bei Insomniac auch, dass das auch nicht alles nicht unproblematisch ist. Die kosten viel Geld und da sollen auch Leute gefeuert werden. Wissen wir alles. Aber sie haben halt diese Infrastruktur aufgebaut, wo sie sich darauf verlassen können. Wir haben diese AAA-Pipeline, aus der Sachen rauskommen. Und diese Infrastruktur versucht Microsoft seit einem Jahrzehnt nachzuahmen und aufzubauen und versagt immer völlig daran. Und versagt ja nicht nur da drin mit neuen Studios, sondern vor allen Dingen auch mit ihren alten Studios. Siehe das neue Forza Motorsport, siehe 343 Studios. Und da schien dann ja die Lösung zu sein, okay, dann kaufen wir einfach wild ein in der Industrie und nutzen das dann. Aber das scheint ja offensichtlich, also unmittelbar kurzfristig nicht den Effekt zu haben, den Microsoft davon will. Und langfristig scheint nicht der Atem dafür da zu sein, wirklich dem die Chance zu geben. Weil ja ganz viele dieser Studios, die eingekauft wurden, Double Fine und jetzt habe ich den Namen vergessen, die, wie heißen die denn nochmal? Ich komme gerade weder auf den Spielen-Namen noch auf den Entwicklernamen. Was sagst du? Ich dachte gerade an Playground kurz, aber das ist ja schon... Nee, Playground dachte ich nicht. Ich dachte, das ist eines dieser Studios, das in diesem Double Fine-Ding auch mitgekauft wurde. In Exile? In Exile ist dabei, aber es gibt noch ein Studio. Ist gerade nicht so wichtig. Aber dass diese ganzen Studios ja ihre Titel, ihre neuen Titel noch gar nicht veröffentlicht haben. Selbst ein Fable ist ja noch nicht draußen. Das heißt, diese ganzen Früchte, die vielleicht zumindest von diesem Akquise-Spray entstehen könnten, die wurden auch noch nicht geerntet. Und erneut, das scheint mir wieder einfach völlig den Eindruck zu machen eines kopflosen Huhns, das mir Microsoft und Xbox seit einem Jahrzehnt eben machen. Ja, ich verstehe zumindest auch nicht ganz diese Strategie in Bezug darauf, okay, wollen wir jetzt wirklich Xboxes verkaufen oder wollen wir halt alles andere? Und momentan geht halt eher in Richtung alles andere. Weil eigentlich jeder, der größeren Moves immer kommuniziert, die Xbox ist nicht mehr so wichtig. Das ist halt das, was die letzten Jahre gemacht wurde. Und scheinbar wird es damit auch weitergefahren und mal gucken, wozu das führt. So, aber wir wollen auch noch mal über PlayStation-Ports reden. Denn parallel gab es auch eine News von Lance McDonald, der ja in der Modding-Szene sehr bekannt ist, der auch gut vernetzt ist und in der Vergangenheit ja auch schon mal über interne Sachen gesprochen hat und generell als vertrauenswürdig gilt. Seine Quellen, seinen Quellen nach, weil er hat einen Freund, der mal bei Media Molecule gearbeitet hat, gab es bei Media Molecule, die ja zuletzt gesagt haben, Dreams ist vorbei, das ist abgeschlossen, das Projekt. Und da gab es ja auch Entlassungen. Und mal sehen, was als nächstes kommt. Es gab wohl einen fertigen PC-Port von Dreams und auch einen sich in der Arbeit befindlichen PlayStation 5-Port von Dreams. Und der PC-Port sollte wirklich, der sollte Raytracing unterstützen, der sollte Maus- und Tastatursupport haben. Alles, was man halt erwarten würde von einem PC-Port. Dann gab es aber diesen Shift und die Entlassungen bei Media Molecule und den Abbruch dieser Port-Arbeiten. Und in der Vergangenheit hat Lance McDonald auch schon mal gesagt, dass ein PS5- und PC-Port von Bloodborne in Arbeit ist. Wo Leute halt gesagt haben, also es gab so einen spezifischen Post, das ist auf Reset-Arror stattgefunden, wo Leute gesagt haben, ja, das ist bestimmt wieder Blödsinn, weil das hat er zu Bloodborne auch behauptet. Und dann kam aber Imran Khan, auch ein renommierter Journalist in der Videospielindustrie, und hat gesagt, nee, das stimmt, das habe ich auch gehört, dass Bloodborne sich in Arbeit befindet. Allerdings vor Jahren und seit Jahren hat er da keinen Update mehr zu gehabt und nichts mehr zu gehört. Also gibt es bei Sony die Situation, dass sowohl zu Dreams mal ein PC-Port existierte und ein PS5-Port in Aussicht stand, das dann scheinbar nicht profitabel genug oder keine Ahnung und muss man ja dann auch unterstützen und bla, aus verschiedenen Gründen abgesägt wurde. Und es gibt den fabulösen mythischen Bloodborne-Port, den sich die gesamte Industrie seit Jahren zu wünschen scheint. Jede State of Play gibt es dieses Kopium-Meme von Bloodborne, das gepostet wird und es kommt einfach nicht. Was ist denn das? Das ist höchst regelhaft. Er bringt das ja wirklich auch in dem Zusammenhang, wo er halt sagt, I wouldn't hold my breath. So, das ist Jahre her, dass ich davon gehört habe und dieses I wouldn't hold my breath interpretiere ich so, dass er nicht davon ausgeht, dass man das nochmal sieht, sondern dass es cancelt wurde in irgendeiner Form. Wenn es Jahre her ist, glaube ich auch nicht. Ja, genau. Und das ist schon crazy. Also bei Bloodborne, da denke ich mir, okay, das klingt dann für mich so, als ob irgendwie die Entwicklung so aufwendig war für einen Port, dass es sich nicht gelohnt hat, dass irgendwas schwieriger war mit dem Engine, keine Ahnung. Bei Double, bei Media Molecule kann ich wirklich nur schockiert mit dem Kopfschütteln, weil das ja eine aktive Torpedierung dieses Spieles und dieses Produktes ist. Wenn es das eines gab, was es gebraucht hat, um einen Erfolg zu haben, was immer gesagt würde, war es eine PC-Version. Und zu hören, dass die quasi fertig war, aber halt Sony dann gesagt hat, ja, wir wollen es aber eh nicht mehr langfristig supporten und wir wollen die Server eh abschalten, deswegen wollen wir es da jetzt auch nicht mehr veröffentlichen. Boah, das ist schon echt bitter zu hören. Ja, ist super frustrierend, weil es halt eines dieser kleinen und sympathischen Projekte war und gefühlt immer unter seinem Potenzial gearbeitet hat. Ja. Und da wäre definitiv mehr drin gewesen. Ich finde, darüber hinaus hat Dreams natürlich auch trotzdem noch, es ist halt super schwer zugänglich gewesen in seinen ganzen Editor-Funktionen und so. Also das hat es natürlich nicht einfacher gemacht, aber auf dem PC diese Nutzerbasis Nutzerbasis zu erweitern und zu sagen, hier sind dann auch viel mehr Leute, die dann vielleicht auch die Leidenschaft haben, da etwas zu bauen und dann wiederum die Community zu befeuern. Das hätte schon geholfen und das hätte für eine gewisse Langlebigkeit auch sorgen können, aber das hat jetzt nicht sollen sein. Es wäre eh schon eigenartig spät gewesen, wenn jetzt noch ein PC-Pod erschienen wäre, aber dann wurde das auch noch abgesägt. Aber dass dann parallel auch noch Bloodborne, dass es das wohl mal gab, dass mehrere Leute sagen, sie kennen halt, sie haben Quellen, auf die sie sich beziehen, laut denen es das mal gegeben hat, diese PC und oder PS5-Version von Bloodborne und das halt nicht zutage tritt, das finde ich so verwirrend. Ich frage mich, ob es das, da würde ich super gerne die Hintergründe wissen, sind die irgendwie an eine Stelle gekommen, im Code, wo sie sich gesagt haben, From Software, das habt ihr denn hier gemacht? Das kriegen wir nicht repariert. Also es klingt für mich so, weil da gibt es ja keine Grunde, da brauchst du ja nicht diese Online-Server in der Form, natürlich hast du auch einen Online-Modus, aber du brauchst keine Aktie. Du hast nicht diese Art, es muss nicht kuratiert werden wie bei Dreams. Ganz genau, ganz genau. Deswegen, dass es dann wirklich ziemlich, ziemlich rätselhaft, vielleicht hatten die Leute einfach keine Lust mehr, vielleicht mögen die Leute das Spiel nicht, vielleicht gibt es einfach so straight up, vielleicht hat Jim Ryan auch gesagt, nee, das ist ja schon so alt und scheiße, macht das mal nicht weiter. Wie können wir diesen Port monetarisieren mit Content-Updates? Und da waren so, hä? Und dann sind sie so peinlich auseinandergegangen und keiner hat mehr da weiter dran gearbeitet. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, Robin. Es ist auf jeden Fall sehr frustrierend. Es tut mir sehr leid, Leute, dass wir hier teilweise so frustrierende News haben, über die wir reden mussten, aber das sind nun mal die Sachen, die passieren. Auf verschiedenster Ebene frustrierend, muss man dazu sagen. Dass jetzt halt ein Port nicht kommt, ist so, ja, mein Gott, aber diese ganzen Behind-the-Scenes von Entlassung und Co sind natürlich der wahre Frust dieser Spieleindustrie. Es ist ein kleiner Marathon an News gewesen, Robin. Ein Marathon, nachdem ich jetzt sehr durstig geworden bin, wodurch ich doch einmal die Aufmerksamkeit lenken möchte auf unseren wunderbaren Sponsor Holi, die uns auch diese Woche wieder sponsoren und bei denen wir euch sagen wollen, natürlich zum einen, dass es wie immer hervorragende Energydrinks und Eistees und Hydrationdrinks gibt bei Holi, die ihr euch dort holen könnt. Aber es gibt auch neue Sachen, zum Beispiel zwei neue Hydration-Flavers, nämlich einmal Pir und Cranberry, also Pir, äh, nicht Pirne, Birne und Preiselbeere, die auch Teil dieses neuen Starter-Set Deluxe sind. Also falls ihr generell mal ausprobieren wollt, könnt ihr euch auch das Starter-Set Deluxe holen, da habt ihr dann alles einmal drin. Aber die neuen Flavors gibt es auch in einem Launch-Pack, wo ihr einen Shaker dazu bekommt für den Startpreis von 39,99 für eine Tube mit 50 Portionen. Hält dann also auch eine ganze Weile. Gibt es aber auch in kleinerer Variante, wo ihr euch 10 Portionen holen könnt für 14,99 und wir würden euch empfehlen, da unbedingt mal reinzuschauen, weil die super lecker sind. Wir mögen die Energydrinks, wir mögen die Eistees. Immer war es so, dass ich eher bei den Energydrinks zu Hause bin, du bei den Eistees, bei den Hydrations habe ich jetzt auch mal gekostet und fand das richtig toll. Das vor allem das Pir hat mir richtig gut geschmeckt und kann ich euch sehr ans Herz legen. Hydration sind natürlich die Sachen mit Elektrolyten und Mineralstoffen halt gut geeignet als Sportdrinks und wenn ihr da unsere Codes benutzt, nämlich einmal den Code Hooked und einmal den Code Hooked5, könnt ihr noch Geld sparen. Mit dem Code Hooked5 bekommt ihr nämlich 5 Euro Neukundenrabatt, also wenn ihr ganz neu dabei seid, unbedingt Hooked5 benutzen, dann spart ihr direkt 5 Euro und zusätzlich könnt ihr noch den Code einfach nur Hooked benutzen, ohne irgendeine Zahl hinten dran, dann bekommt ihr noch mal 10% Rabatt auf euren Bestellwert und den könnt ihr auch so oft benutzen, wie ihr wollt, also benutzt immer unseren Code Hooked, würde uns sehr freuen, haben wir nämlich auch was von und ich denke, damit sind wir dann neu und gestärkt und frisch, um jetzt über die Spiele zu reden, die wir in der letzten Woche gespielt haben, oder Robin? Alter, so viel Begeisterung bei dir über Holy, dass ich meiner Begeisterung gar keinen Ausdruck mehr verleihen kann, aber ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen, du hast das ganz hervorragend gemacht, ich würde am liebsten dich bewerben im nächsten Podcast, weil diese Anmoderation war fast so gut wie Holy selbst. Auch bei mir könnt ihr sparen, indem ihr den Code benutzt, huckt. Oh, ja echt, Tom, kann ich ein bisschen Gehalt einsparen an dich, wenn ich den Code benutze? So, lass mal über die Spiele reden, Rommel, wir müssen schnell reinmachen. Na gut, Wir kommen jetzt nämlich zu Persona 3 Reload, das Remake, das man durchaus als heiß ersehnt bezeichnen darf, weil ich hatte das Gefühl, das hat einen gewissen Hype ausgelöst, auch wenn die eigenartige Entscheidung getroffen wurde, Anfang letztes Jahr noch die Portable-Version zu re-releasen, also es gibt sicherlich einige unter euch, die gerade erst Persona 3 gespielt haben in irgendeiner Form, jetzt gibt es aber auf jeden Fall dieses Remake hier, das hat nicht die Zusatzinhalte, die in Portable oder dieser FES-Version drin sind, soweit ich weiß, sondern ist wirklich ein Remake der Basis-Version, ein Spiel, das ich damals auf der PS2 tatsächlich gespielt habe für eine Weile, nicht durchgespielt, nicht mal anderen durchgespielt, weil mich der Tartarus zu sehr an mir gezerrt und da bin ich sehr interessiert, wie jetzt deine Meinung ist von diesem Remake, das ja visuell schon einen sehr anderen Eindruck macht als das Originalspiel und sich eher so Richtung Persona 5 zu bewegen scheint, ist das denn, wie fühlt sich das denn an für dich? Weil ich glaube, du hattest Persona 3 noch gar nicht gespielt, oder? Nee, genau, ich habe, also gar nicht, stimmt nicht ganz, weil ich mal für wenige Stunden in den Anfang der Portable-Version bei dem Re-Release letztes oder vorletztes Jahr reingeguckt habe und da dann sehr schnell auch gemerkt habe, so, ich weiß ja, also zu dem Setzpunkt war es noch nicht angekündigt, aber es ist geleakt, dass ein Remake kommen soll und dann dachte ich mir halt, habe ich ja im Podcast auch gesagt, darauf warte ich jetzt dann lieber und bin auch sehr, sehr happy mit der Entscheidung. Das Remake ist aber nicht immer dann doch, also nicht immer genau das, was ich mir davon erhofft habe, muss ich auch sagen. Ich bin so 17 Stunden drin, um mal den Stand weiterzugeben, mit dem ich gerade bin, also ordentlich, aber mir fehlen noch die meisten Party-Mitglieder und auch die Story ging noch kaum so richtig los, da ist ja auch Persona 3 ein bisschen anders strukturiert als seine Nachfolger. Ich habe natürlich wenig Probleme mit Sachen, die jetzt fehlen im Vergleich zu FES und Portable, weil ich da eh den Vergleich nicht habe, so wie ich das verstehe. Es sind auch ein paar Sachen drin aus diesen Spielen. Es gibt zum Beispiel, gab es ja in Portable auch Social Links mit den männlichen Party-Mitgliedern, die es in der Ursprungsversion nicht gab und die gibt es jetzt in anderer Form auch hier. Die heißen, ich weiß nicht, wie die hießen, Special Links oder so, das sind nicht die klassischen Social Links, sondern es sind so davon losgelöste Konversationen. Aber sie haben so ein paar Sachen rübergebracht, aber viele Sachen fehlen auch. Der Epilog, The Answer hieß der, glaube ich, der wird per DLC nachgereicht, wie gerade die Leaks versprechen und da gab es gerade ein Data-Mining, was das ebenfalls den Eindruck macht. Aber ja, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil das stört mich halt nicht. Ich habe den Vergleich nicht. Ich finde, das Spiel ist fast an einem Punkt, wo es halt den Eindruck macht, als wäre es einfach das neue große Persona, als wäre es quasi Persona 6. Aber ich finde, man merkt in einigen Punkten auch einfach noch, A, entweder sein Ursprung als deutlich älteres PS2-Spiel. Man merkt aber auch einfach manchmal in der Präsentation, dass es nicht ganz da ist, wie ich es bei Persona 5 gewohnt war. Wenn du zum Beispiel in deinem Wohnheim herumläufst, wo du halt immer wieder ins Zurückkehrst, das sieht einfach nicht gut aus. Dieses Wohnheim ist genauso designt wie in der Ursprungsversion und dem fehlen zum Beispiel sämtliche Lichteffekte. Das ist komplett indirekt belichtet. Du hast keine Lichtquellen und du hast auch zum großen Teil keine Schatten. Du hast regelmäßig einfach Szenen, in denen sie da sitzen und du hast nichts wirften Schatten. Alles steht einfach dort. Und du hast so einen Teppich, den du manchmal siehst, wenn sie in einem bestimmten Kommandraum sind, der wirklich aussieht wie ein PlayStation 2-Teppich. Also unglaublich niedrig aufgelöst, unglaublich verwaschen. Ich dachte gerade, du sagst Switch-Teppich. Könnte man auch sagen. Man könnte ihn auch als Switch-Teppich bezeichnen. Und das bin ich eigentlich aus Persona 5 nicht gewohnt. Aus Persona 5 bin ich gewohnt, dass alles sehr wie aus einem Guss aussieht. Und nicht immer ist alles wahnsinnig beeindruckend, aber zumindest ist mir selten was negativ aufgefallen. Hier gibt es immer wieder Momente, wo ich das Gefühl habe, ich sehe etwas, was übertragen wurde aus einer anderen Version. Das ist ja nicht der Fall. Das wurde ja komplett neu entwickelt. Aber es sieht so aus manchmal, als wäre was geupscaled oder so. Das finde ich ganz interessant, weil ich habe so Vergleichscreenshots gesehen von unter anderem auch den Wohnheimen, aber auch von anderen Orten im Spiel, wo ich auch dachte, okay, die visuelle Identität des Spiels hat sich zumindest verändert. Weil dadurch, dass sie so sehr in die Persona 5-Richtung gehen und gefühlt die Sättigung hochgedreht haben und auch die Helligkeit hochgedreht haben und ja auch sehr im Interface das machen, was sie in Persona 5 gemacht haben, dass es ein bisschen einen anderen Vibe bekommt, weil Persona 3 war ein relativ düsteres Spiel. Und die Story ist natürlich, glaube ich, jetzt nicht so groß verändert. Also die Sachen, die passieren, passieren ja hier immer noch. Aber hast du auch das Gefühl, dass das jetzt nicht sich wahnsinnig, atmosphärisch wahnsinnig anders anfühlt als Persona 5? Wie geht es dir da im Vergleich? Also es ist atmosphärisch dann doch noch sehr anders als Persona 5, einfach wegen der Charaktere, die so anders sind und wegen der Präsentation der Geschichte. Das gefällt mir auch sehr gut, weil ich ja kein großer Persona 5-Fan bin. Da bin ich hier sehr, sehr viel mehr dabei. Zunächst einmal hält es sich halt deutlich zurück mit dem Plot. Also ich weiß auch von Lucy, dass ich jetzt so kurz davor bin, wo auch mal der Plot so ein bisschen losgeht. Aber in diesen 17 Stunden, die ich bisher gespielt habe, besteht der Plot eigentlich ausschließlich aus, ja, es gibt halt Schatten und du bist jetzt hier, um sie zu besiegen. Und mehr gibt es nicht. Es gibt im Hintergrund dieses Apathie-Syndrom, aber mehr weiß ich noch nicht. Und ich weiß natürlich, dass es da konkreter wird. Das heißt, es erzählt sich dann sehr über seine Charaktere in dieser Zeit, die, was ich halt mag, so ein bisschen zurückhaltender sind. In Persona 5 ist ja jede Figur ein extrem großer Charakter, würde ich sagen. Sehr ausdefiniert, sehr voller Backstory. Und dadurch, dass mir dann diese Backstory auch ab und zu einfach nicht so gut gefiel, hatte ich dann viel, an dem ich mich auch stören konnte. Hier ist es alles ein bisschen zurückgefahren. Es ist alles ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen realistischer, in großen Anführungszeichen, also im Korsett dieser Welt realistisch. Und das gefällt mir gut. Also das mag ich sehr, sehr gerne, dass sich das alles so ein bisschen mehr zurücknimmt und dass da der Vibe des Originals beibehalten wurde, muss ich sagen. Okay, das freut mich sehr, weil das ist etwas, das ich am Original zumindest auch schätze. Ich würde auch sagen, es ist ein geerdeteres Spiel, obwohl sich die Leute in den Kopf schießen, um ihre Personas zu beschwören, aber trotzdem im Verhältnis für das Persona, das danach kam und auch das, das danach kam, ist es halt schon noch mal ein bisschen anders und finde ich atmosphärisch ein bisschen näher dran an Shin Megami Tensei als an dem, was dann später wirklich Persona wurde, wo ja dann auch das Shin Megami Tensei gedroppt wurde. Genau, das ist ja nicht mehr Teil des Namens hier. Das Original hieß ja auch noch Shin Megami Tensei Persona 3, ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Man merkt das auch, und da bin ich ein bisschen hin- und hergerissen, beziehungsweise das finde ich eigentlich schade. Man merkt auch diesen Ursprung des PS2-Spiels halt vor allen Dingen im Dungeon, weil der halt unverändert blieb in seinem Kern. Das habe ich schon vor dem Release gehört und ich war sehr, sehr skeptisch. Ja, denn um das mal zu verdeutlichen, was das heißt, falls ihr einen der beiden Titel nicht gespielt habt oder sogar beide, in Persona 5 war eine der größten Neuerungen und ich finde auch eigentlich eine ziemlich universell geliebte Neuerung war halt, dass die Dungeons, die du erkundet hast, tatsächlich durchdesignte Dungeons waren. Auch in Persona 4 ist es so, dass du immer, wenn du kämpfst, im Grunde zufallsgenerierte, immer gleich aussehende Flure durchläufst. Und in Persona 5 gab es da auch einen separaten Dungeon für, wo sie gesagt würden, hier haben wir einfach dieses endlos erkundbare Ding, das kannst du optional machen, beziehungsweise leider musst du es auch immer wieder machen, um zu progressen, aber es gibt in den Story-Sequenzen einfach ganz klassische Singleplayer-Videospiel-Level mit kleinen Rätseln, nenne ich es mal in Anführungszeichen, mit Skriptmomenten. Und das ist hier nicht mehr der Fall, sondern hier durchläufst du wieder einen großen Turm und der Turm hat irgendwie, weiß ich nicht wie viele Dutzend Ebenen und Level. Ich bin jetzt auf Level 40 oder 45, irgendwie sowas bin ich gerade und da bekommst du dann neue Areale. Ich bin jetzt im zweiten Areal und die haben dann eigene Assets, aber halt jeweils drei oder vier. Das heißt, das erste Areal, die ersten 30 bis 40 Ebenen und Etagen bestanden aus den gleichen drei Raum-Assets aneinandergepappt und die nächsten 30 dann wieder aus den gleichen, aus den nächsten drei Raum-Einzelstücken, was sehr langweilig ist in seiner Präsentation. Das steht völlig außer Frage. Es funktioniert trotzdem für mich auf einer spielerischen Ebene, weil sie mit dieser Präsentation dann trotzdem was Cooles auf einer spielerischen Ebene machen, weil es ja zu so einem Ressourcen-Management-Ding ganz doll immer wird, wo du quasi versuchst, möglichst weit hochzukommen in dieser zufallsgenerierten Dungeon und sie innerhalb des zufallsgenerierten Dungeons es ganz gut schaffen, die immer wieder kleine Überraschungen zu bieten. Dass sie halt sagen, nicht, dass sie halt sagen, alle zehn, eine Kasse rasset ihr gerade aus, falls ihr sie im Hintergrund hört, sie sagen halt nicht, alle zehn Ebenen gibt's einen Boss, sondern manchmal kommt ein Boss nach zwei Ebenen. Also es gab schon einen Moment, wo ich einen Boss hatte und dann bin ich eine Ebene umgeklebt und dann kam der nächste Boss. Und dann haben die Charaktere ausgedacht, what the fuck is this? Wir haben doch gerade erst gegen einen gekämpft. Man kann sich ja an gar nichts gewöhnen, das ist ja voll scheiße. Und sowas finde ich cool, wo absichtlich dieses Gefühl genommen wird, dass du hier etwas sehr gleich... Ich sehe die Katzen bei dir im Hintergrund rumspringen bei deinem Halo-Helm. Ja, und einer von denen hat einen Kragen auf, deswegen ist er kurz abgestürzt. Der versucht, den anderen Kater zu jagen, der auf einen sehr, sehr hohen Schrank gesprungen ist, aber hat einen Kragen und kann das nicht. Dass eben diese Gleichförmigkeit durchbrochen wird und das Spiel weiß, was du erwartest und damit so ein bisschen brichst, das ist ganz cool. Aber nichtsdestotrotz, du durchrennst hier ausschließlich... Nicht ausschließlich, es gab eine kurze Story-Sequenz, wo ich auch mal was anderes gemacht habe, aber zu 95% Zufalls generiert gleichförmige Dungeons. Das finde ich trotzdem enttäuschend, weil ich mir denke, wenn du einen Remake machst von einem Persona, von jetzt Persona 3 oder 4, wäre das so die... Es wäre an... Wenn ich eine Prioritätenliste gemacht hätte, wäre das die erste Stelle gewesen, wo ich gesagt hätte, da könnte man nochmal ran. Das könnte man nochmal machen. Wie wäre es denn, wenn wir Level-Design hätten und nicht einfach nur random generierte Dungeons, die sehr schnell sehr alt werden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die Persona mögen, die Hardcore-Fans, die auch in dem Kampfsystem richtig sich zu Hause fühlen, dass das relativ selten als so echter Kritikpunkt gilt, weil dann halt dieses Drumherum und die Level-Erfahrung und die Persona-Erfahrung so gut ist, dass das das trotzdem trägt. Ich habe nur bei mir immer wieder gemerkt, dass ich damit nicht so richtig klarkomme, weshalb ich halt nie so den vollen Zugang gefunden habe, weder zu Persona 3 noch zu Persona 4 und Persona 1 und 2 habe ich nie so richtig gespielt. Deswegen da... Das finde ich ein bisschen schade. Und bei mir sorgt es dafür, dass ich jetzt bei Persona 3 auch gar nicht selber so den Drang empfinde, das unbedingt spielen zu müssen. Also aus der Perspektive verstehe ich das auch, ja. Ich glaube trotzdem, dass es die zugänglichste Variante dieser Spielzeit ist. Und ich bin sehr froh, auf sie gewartet zu haben. Auch weil, das will ich auch unbedingt erwähnen, es eine komplette deutsche Lokalisierung bekommen hat. Du kannst das Spiel komplett mit deutschen Texten spielen. Nicht stimmen, stimmen sind japanisch oder englisch. Aber ich bin ja jemand, der sehr aktiv auch über die englische Lokalisierung von Persona 5 gemeckert hat. Mein Genießen des Spiels hat sich ja... Also ich konnte das Spiel deutlich mehr genießen, als ich dann die Stimmen auf japanisch gestellt habe, weil mir die meiner Meinung nach sehr, sehr unterdurchschnittliche Übersetzung dann nicht mehr so doll auffiel. Aber die Texte waren natürlich trotzdem regelmäßig schlecht übersetzt. Und das ist hier nicht der Fall. Die englische Übersetzung ist hier auch schon deutlich besser. Auch die englische Synchro wird dadurch deutlich besser, weil einfach die Stimmen nicht so seltsame, unnatürliche Sätze sagen. Also hier ist mir in der Übersetzung der englischen noch nichts negativ aufgefallen, sondern ist eigentlich ein positives Erlebnis gerade. In der deutschen Übersetzung tatsächlich auch so. Die ist sehr locker übersetzt. Sehr gut. Es gibt so einen Charakter, die du über ein MMO kennenlernst und mit der, die halt nur in völlig übertriebener Gaming-Lied-Speak spricht. Auch das haben sie schön ins Deutsche übertragen und verstanden, so was man im Deutschen sagt und was man nicht im Deutschen sagt. Es gab einmal einen Moment, wo einer der Charaktere sagt, das ist total wild, W-Y-L-D. Was halt, also im Deutschen hat er das gesagt. Was zu diesem Charakter aber auch passte, das fand ich auch gut. Wir haben aber erneut das Problem von Fehlübersetzungen in diesem Spiel und hier hat es sogar einmal eine spielerische Auswirkung. Und das habe ich so krass, weil das ist wirklich crazy. Es gab halt einfach so Sachen wieder, wo du merkst, und das ist nicht oft passiert, aber zwei, drei Mal, wo ich merke, hier musste halt ohne Kontext übersetzt werden. Das heißt, hier wird ein Charakter gefragt, wollen wir das machen? Und du hast halt zwei Antwortmöglichkeiten, entweder ja oder we'll do it later auf Englisch. Also es ist eine ablehnende Antwort, nein, wir machen das später irgendwann mal. Im Deutschen wurde es aber übersetzt mit ja oder wir machen es gleich. Also ja oder ja, weil halt dieses we'll do it later wurde interpretiert als ja, wir machen es eben ein bisschen später, gleich. Das heißt, du hast zweimal ja Antworten gehabt, aber die eine bedeutet nein. Und das wird auf die Spitze getrieben, weil einfach schlicht und ergreifend die Beschreibung eines Skills falsch ist im Deutschen. Es gibt einen Skill, der heißt Rebellion oder Rebellion im Deutschen, dessen Effekt ist, dass der deine kritische Trefferrate erhöht. Das steht aber in der deutschen Beschreibung einfach, erhöht die Abwehrrate, erhöht die Abwehr eines Teammitglieds. Und das stimmt einfach nicht. Das ist einfach falsch. Wenn du den auch auslöst, die dann auch kritische Trefferrate erhöht. Und das ist natürlich, das ist halt crazy. Und das ist unentschuldbar, dass du einfach die inkorrekte Erklärung hast, was ein Skill macht. Weil was extra komisch daran ist, Tom, ist, dass all diese Skills eigentlich so geschrieben sind, dass da steht, erhöht die Abwehr und dann steht die Zahl. Da steht dann also ein bisschen im seltsamen Deutsch, erhöht die Abwehr von Eins Verbündeten. Ja, in der Zahl Eins. aber bei diesem Rebellion-Skill steht, erhöht die Abwehr eines Verbündeten, ausgeschrieben. Das ist der einzige Skill, wo das mit vernünftigem Deutsch geschrieben ist. Ja. Aber, das ist halt falsch. Und dann hatte ich halt, das ist mir nur aufgefallen, weil ich einen Charakter hatte, der beide Skills hatte. So, dass bei einem Skill stand, erhöht die Abwehr von Eins Verbündeten und da drunter stand, erhöht die Abwehr eines Verbündeten bei dem anderen Skill. Und das ist halt absolut unentschuldbar. Und erneut, das ist jetzt schon öfter passiert, dass ich, war ja auch bei Yakuza so, mit diesem BR-Einschüben, dass die Übersetzung an sich echt gut gelungen ist und sie sich richtig Mühe gemacht haben, gegeben haben, aber durch Fehler und fehlenden Kontext es einfach ständige Fehlübersetzungen gibt, die das essentiell kaputt machen. Das ist bedauerlich. Ich finde zwar gut, dass du sagst, dass so der Ton und sowas, dass das gut eingefangen wird, wenn das aber gepaart ist mit tatsächlichen spielentscheidenden Fehlern, dann ist es auf einem Level, wo es halt nicht passieren sollte und leider begegnet es uns halt immer wieder. Hatten wir in der Vergangenheit schon bei anderen Spielen. Und ich habe gerade mal versucht rauszufinden, weil eigentlich finde ich es cool, dass es sofort eine deutsche Version gibt. Du hast sofort deutsche Texte und es war tatsächlich so, Persona 3 FES, die PS2-Version, hatte bei uns nur englische Texte. Du hattest ein deutsches Handbuch, aber das gesamte Spiel war nur englisch. Persona 3 Portable, dieser Re-Release, den wir letztes Jahr hatten und auch, glaube ich, die Originalversion, hat deutsche Texte. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die Qualität davon ist. Und bei Persona 5 war es ja ähnlich. Persona 5 in seiner Ursprungsversion hatte keine deutschen Texte. Persona 5 Royal hat dann aber deutsche Texte. Und da weiß ich gerade auch nicht, wie die Qualität ist im Vergleich zu Persona 3. Aber ich finde das halt so interessant, dass diese Reihe so diese Historie hat von mal in mehrere Sprachen übersetzt, mal nur in eine Sprache übersetzt und dann Re-Releases, aber die sind dann erfolgreich genug, dass man da dann gesagt hat, okay, das bekommt jetzt auch andere Sprachversionen. Schade zu hören, dass es hier dann eher auf einem Niveau ist, wo ich dann zumindest sagen würde, ja okay, wenn ich die Option habe, spiele ich es lieber auf Englisch. Ja, genau. Oder japanisch. Ich persönlich einfach, ich mag das halt gerade ganz gerne, das auf Deutsch zu spielen, weil ich ja, also bei dem Skill jetzt nicht, aber meistens, oder doch meistens höre ich die Leute halt auf Englisch reden und ich mag halt den Vergleich sehr zu haben, was sie im Englischen sagen, wie ich dann die deutschen Texte habe. Und das genieße ich einfach auch sehr, nach der Enttäuschung, die ich da bei Persona 5 erfahren habe, dass ich halt dieses Spiel, wie ich das auch bei Persona 4 gemacht habe, sehr guten Gewissens mit englischen Sprechern spielen kann und ich das richtig gut finde und ich richtig gut eingesprochen finde. Ich fand es ziemlich lustig und seltsam. Einer der Charaktere wurde im Original von Liam O'Brien gesprochen. Der wird jetzt von jemandem anderen gesprochen, der nur klingt wie Liam O'Brien, aber Liam O'Brien ist immer noch im Spiel, der spricht nämlich jetzt eine ganz kleine Nebenrolle von so einem Händler. Der nur mal kurz spricht und das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, wirklich. Vielleicht war ich das einfach zu teuer, um heutzutage noch eine solche Hauptrolle zu sprechen. Aber ich kann tatsächlich die englischen Sprecher hier empfehlen und mir macht auch das Spiel gerade sehr, sehr viel Spaß. Ich genieße das sehr nach der harten Arbeit, die ich bei Persona 5 geleistet habe, um es mögen zu können, hier etwas zu haben, was so inhärent mir Spaß macht und sehr in diesen Flow zu kommen, um die Social-Links zu handeln. Und es gibt dann immer wieder Momente, wo ich sage, bei der Präsentation vor allen Dingen, weil das gilt auch für die Menüs. Wir haben ja vor Release viele Menüs gesehen, wo man dachte, holy shit, wow, das sieht wieder so großartig aus und wie man das irgendwie auch in Persona 5 kennt. Aber es gibt mindestens ebenso viele Menüs, die richtig scheiße aussehen. Es gibt zum Beispiel diesen Network-Bildschirm, den du aufrufen kannst, wo du sehen kannst, was andere Leute machen. Das sieht straight up aus, als ob es aus dem Portable-Release einfach rüberkopiert worden wäre. Ist es aber nicht, weil da gab es das ja, glaube ich, nicht. Also mit total flachen Texturen und es sieht total wie so Wordart aus. Auch die Anzeige, wenn die Tageszeit sich ändert, dann hast du immer kurze Einblendungen, wo es dann von mittags auf abends geht, ist mit so ganz simplem, weißen Text, der aussieht wie Areal, einfach abends. Und das sieht auch billig aus. Genau wie auch bei der Grafik selbst. Du hast ganz, ganz toll designte Level und Umgebungen, die richtig schön aussehen und Charaktere. Und dann aber auch sowas wie das Wohnheim und du hast unglaublich schöne Hauptmenüs und Skillmenüs und sowas. Aber dann auch diese hässlichen Einwürfe zwischendurch. Deswegen ist es ein bisschen ein Hin und Her auf dieser Perspektive, auf einer spielerischen Ebene, macht es mir aber trotz des langweiligeren Level-Designs sehr viel Spaß. Du hast kein Wort über den Soundtrack verloren bisher. Den finde ich aber auch gar nicht, den finde ich nicht so überragend, wie ich den in Persona 4 fand. Ja, den finde ich cool. Jetzt aber mal ganz, jetzt aber mal ganz ruhig. Also vor allem, das liegt daran, und sag das dann nochmal. Also was halt viel davon für mich negativ einfärbt, ist der Dungeon-Soundtrack, weil der existiert einfach nicht. Du hast halt einen 5-10-Sekunden-Loop, der kaum melodisch ist im Dungeon. Das hier. Und das verstehe ich nicht, weil das ist, den hörst du halt, du rennst schon durch völlig gleichförmige Umgebung die ganze Zeit und hast dann das, was sich dir ins Gehirn frisst. Das finde ich nicht so gut. Und Tom, ich habe leider, leider die Feststellung gemacht, als ich Lucy beim Spiel zugeguckt habe, bevor ich angefangen habe, dass der in fast jedem Track vorkommende Rapper extrem so einen Vibe hat. die Stimmlage ist nicht die gleiche, aber er rappt genau wie Bürger Lars Dietrich. Was? Und wenn du einmal Bürger Lars Dietrich bei dem Rap-Tracks hörst, dann hörst und siehst du nur noch Bürger Lars Dietrich. So eine Anime-Version von Bürger Lars Dietrich. Den Social Link würde ich nehmen. Und das ist halt ganz lustig, weil die Stimmlage selbst ist schon eine andere, aber irgendwie dieser Vibe, das hört sich voll an wie Bürger Lars Dietrich, finde ich. Und das habe ich Lucy gesagt und seitdem ist sie wütend, weil sie das auch findet. Ich wollte auch gerade sagen, wir entschuldigen uns bei allen, denen wir jetzt Persona 3 musikalisch kaputt gemacht haben. Ja, also für mich sind es ein bisschen wenige Tracks, die wiederholt werden, aber vor allen Dingen ist es für mich der Dungeon-Track, der das ein bisschen negativ einfärbt, weil ich dem zu viel höre. Ich finde halt die Musik in der Schule und in dem Wohnheim und so, das finde ich alles so toll. Ich mag Persona 3 musikalisch voll gern abgesehen. Das ist auch toll, das ist auch toll. An den Soundtrack im Dungeon kann ich mich nicht groß erinnern. Aus gutem Grund. Eigenartigerweise in Persona 5, dieser U-Bahn-Soundtrack, der hat sich eingebrannt und I hate it. Dieses das ist so schlimm. Ja, ja, aber daran erinnert mich halt, also der von Persona 3 ist nicht so drückend, sage ich mal, dieser Loop, aber ähnlich eingängig. Er verschwindet ein bisschen mehr im Hintergrund. Genau, genau. Okay, also ein durchaus positiver Eindruck zu Persona 3, aber auch mit der Feststellung, es ist jetzt, es ist halt nicht das nächste ganz große Persona, die Produktionswerte reichen da nicht so ganz ran. Und halt auch der Hinweis für die Leute, damit man weiß, okay, in den Dungeons, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Es klingt aber trotzdem, als ob du eine gute Zeit hast mit dem Spiel. Absolut. Ich bin sehr froh, dich darauf gewartet zu haben und bin sehr, sehr happy damit. Das ist die beste Persona-Erfahrung, die ich seit Persona 4 gemacht habe und das macht mir großen Spaß. Sehr schön. So, mit dem Spaß ist jetzt vorbei, Robin. Wir reden über Silent Hill, The Short Message, das wir im letzten Donnerstag-Stream durchgespielt haben, nachdem es bei der State of Play geshadow-droppt wurde. Eigentlich ja eine coole Sache, also es ist ein Spiel, das nichts kostet und trotzdem zu teuer ist, eigenartig wie Konami das hinbekommen haben. Aber dieses Spiel hat uns nochmal gezeigt, dass nur weil man 15 Jahre wartet oder so, das nicht heißen muss, dass man irgendwas dazu gelernt hat in Sachen, was Silent Hill zu Silent Hill macht, wie man eine subtile, tiefgründige, emotionale Geschichte schreibt, weil das gibt es ja alles leider nicht. Es ist halt ein Spiel, das sehr so funktioniert wie ein PT, also ein vor allem narratives Spiel, in dem du aus der Ego-Perspektive durch einen Ort läufst, in dem es manchmal auch mit der Örtlichkeit spielt auf audiovisueller Ebene und du hast ab und zu Verfolgerpassagen, die gibt es natürlich nicht in PT, die sind aber hier drin als so eines der spielerischen Elemente und ansonsten liest du viele Sachen über die Spielwelt und die Geschichte und hast ab und zu Cutscenes, teilweise sogar mit echten Schauspielern oder Schauspielerinnen eher und das sind Einzelteile, aus denen hätte man was Gutes machen können, würde ich behaupten. Die sind auch atmosphärisch teilweise, also audiovisuell zumindest teilweise echt nicht schlecht, aber mein Gott, die Geschichte rollen. Mein Gott, das Writing ist Das Writing ist schund, Tom. Das Writing ist schund und viel schlechter geht es, finde ich, nicht mit diesem Thema. Es ist leider unterste Schublade, weil aus zwei Ebenen eigentlich sogar einerseits in Sachen Worldbuilding, weil es sich aus irgendeinem Grund gesagt hat, wir spielen in Deutschland, recherchieren aber fast gar nichts darüber, wie das dann aussehen müsste, weil du dann in so einer Art Schul-Setting zwischendrin bist, das einfach aussieht wie eine amerikanische Highschool. Es hängen aber schlecht übersetzte deutsche Aushänge an der Wand oder sowas. Und dann noch diese ganze Hexennummer, also schaut euch auch mal die live unseren Playthrough an von dem Spiel. Dob, sie hat einen Link unter dem YouTube-Video, einen Link, einen Timestamp unter dem YouTube-Video gepostet, da seht ihr einen schönen Clip davon, wie wir ein Detail über die Hintergrundgeschichte dieses Spiels erfahren und nicht fassen konnten, wie man das geschrieben hat. Aber auch darüber hinaus, diese Kerngeschichte, wo sie ja, was cool ist, ziemlich gute Triggerwarnungen setzen an mehreren Stellen und wirklich auf Nummer sicher gehen, weil es geht halt um Suizid und um Bullying und Schule und den ganzen Kram, weil es ja um Schülerinnen geht. Aber da passiert ja nicht viel. Also das, was erzählt wird, ist ja auch so so wirr und so unspannend und weiß ich nicht. Es hat überhaupt nicht das Feingefühl, das du erwarten würdest von diesem Thema. Stattdessen liest du so Zeilen wie Ja, ich habe meine Eltern streiten hören und immer wieder hört ich das Wort Insolvenz. Und du denkst so, ja, wow. Gut geschriebener, gut geschriebener Hintergrundgeschichte. Insolvenz, Insolvenz. Ich finde die Debatte rund um das Spiel ein bisschen fehlgeleitet, die ich so zumindest mitkomme, wenn ich so auf Social Media unterwegs bin. Weil ich höre, also ich sehe viele Leute diskutieren über die Aussage des Spiels. Ja, was sagt das Spiel aus? Was sagt es das Spiel gut aus? Was will es aussagen? So, und dann wird halt gesagt, ja, es sagt ja, Suizid ist schlecht und Leute wollen und das ist ja toll, dass es das sagt. Das sind gute Intentionen und das finde ich erstmal gut. Und dann gibt es andere Leute, die sagen ja, aber sie sagen auch, dass wenn man, also da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber wenn man es mal ein bisschen durchanalysiert, dass schlechte Dinge zu tun sich auch lohnen kann und man das bekommt, was man will und was sagt das denn aus? Und ich finde, diese Debatte, dieses Analysieren der Aussagen oder das Wertschätzen von einer Aussage, die da lautet, Suizid ist, mach mal nicht, mach mal keinen, bitte bring dich mal nicht um. Ich finde, das geht so am Thema vorbei und es geht so daran vorbei, weil wir wirklich versuchen, auf Wert zu schätzen oder kritisch zu beobachten, was das Spiel macht, weil eine Aussage treffen, wie Suizid ist nicht die Lösung, kann ich, hätte ich dir auch schon mit 13 geben können, diese Aussage. Das ist ehrlich, keine Aussage, wenn die ein Medienprodukt macht, wo ich applaudiere, wo ich sage, mutige, also da endlich traut sich mal jemand, das zu sagen. Ich finde, es dreht sich ja komplett um darum, wie es gemacht wird und um die Herangehensweise davon und das geht auf keine Kuhhaut hier. Wir haben noch gar nicht über den spielerischen Aspekt gesprochen, weil ich finde, der ja auch einen relativ kleinen Teil einnimmt des Spieles, wenn man mal guckt und das Writing ist halt allgegenwärtig und das Writing ist nach der Einführung allgegenwärtig scheiße und geht mit einer solchen, geht so simpel an das ganze Thema heran und so offensichtlich und so wenig daran interessiert, über die allererste Ebene hinaus zu gehen und ist dann auch noch eben geschrieben von einer Person, die scheinbar noch nie eine Person hat, reden hören, dass das alles mir wahnsinnig unangenehm ist, wenn es nicht so lustig wäre. Weil das war ja die Erfahrung beim Stream. Wir haben sehr, sehr viel gelacht. Auch ich habe sehr, sehr viel gelacht und auch sehr, sehr viel mich dann darüber lustig gemacht, weil oftmals kann es genau das, dass es halt so schlecht ist, dass man super darüber lachen kann. Immer wenn es das nicht ist, ist es so schlecht, dass ich wütend werde, mit welcher Inkompetenz über dieses Thema hier gesprochen wird. Ja, es ist so dieses, auch so ein bisschen dieser Klassiker von erwachsene Männer schreiben für Teenage-Girls irgendwie Dialoge, wo dann halt alles ausgesprochen wird auf eine sehr plumpe Art und Weise. Und mich ärgert das, weil ich finde, wenn du einem anderen Entwickler jetzt die ganzen Assets geben würdest und das, was halt jetzt schon drinsteckt im Spiel und sagen würdest, schreib das mal um, dann könntest du mit, glaube ich, relativ wenig so finanziellem Aufwand im Sinne von, man muss jetzt nicht groß neue Assets bauen, man muss nicht groß neue Umgebungen bauen, könntest du hier eine gute Geschichte draus machen, weil du müsstest das Skript ändern. Du müsstest wirklich die Texte ändern und das, was eingesprochen ist. Und dann hast du trotzdem noch dieses coole Szenario, das halt immer wieder toll eingefangen ist und hast ja auch selbst dieses Element von, okay, du hast diese eine Schülerin, die halt Sachen zeichnet und dadurch das Trauma auch von anderen verarbeitet und darstellt. Damit kannst du auch ganz viel machen. Passiert halt nur leider nicht wirklich in diesem Spiel. Und diese Feststellung, für mich war sie erst schleichend und dann kam sie aber ziemlich heftig nach und nach, weil halt dann wirklich die ganz albernen Sachen auch drinsteckten im Spiel und wo man ja dann auch dieses Element hatte mit, okay, es soll halt hier Deutschland sein und du denkst dir nur so, ja, das ist alles andere als. Und das ist vielleicht ein Element, was jemand, der diesen Vergleich nicht hat, auch abgeht, aber meine Güte. Und dann denke ich mir so, nee, also das ist leider gar nichts. Ich kann hier daraus nichts ziehen auf einer thematischen Ebene, auf einer Story-Ebene, wo ich sagen kann, ja, das kann ich jetzt groß wertschätzen. Außer halt, wie du schon sagst, es ist halt so schlecht immer wieder, dass es halt lustig ist. Also es ist halt ein lustiges Spiel, unfreiwillig lustig, wo die deutschen Texte dann auch ihren Teil zu beitragen. Das liegt aber auch daran, dass quasi alles hinter den unmittelbaren technischen Produktionswerten, die ja gut sind, wenn wir mal die Framework ausklammern, das dann wieder in all diesen Bereichen große Inkompetenz zutage tritt. Weil du halt so ein Ding hast, dass du halt diese von dir bereits erwähnten Live-Action-Sequenzen hast, aber dort, das dann offensichtlich auf Japanisch aufgenommen wurde, gehe ich jetzt gerade davon aus. Und dann, aber das Spiel gibt es auf eng, mit englischen Stimmen, ich glaube auch nur mit englischen Stimmen, bin ich mir nicht ganz sicher. Du kannst, glaube ich, nicht umschalten. Genau. Und das ist dann ultra schlecht gedappt. Also wirklich, dass teilweise das einfach, es redet gerade gar keiner und die Lippen bewegen sich immer noch. Und dann hast du noch die Extra-Ebene, dass dieser Charakter dann Maya Hindenburg heißt, weil es ja in Deutschland spielt. Und das, das ist so ein Kartenhaus von Inkompetenz, was immer weiter gebaut wird, wo die Regie scheiße ist, wo das Dubbing scheiße ist, wo der Text scheiße ist, wo die Idee scheiße ist, dass das gar nicht aufhört. Und das geht dann ja auch ins Gameplay über, weil ich finde, was das da ja dann zum Ende, auch vor allem zum Ende hin macht, ist ja ebenfalls richtige Scheiße. Ja, es ist halt so sehr austauschbares Verfolger-Gameplay. Du läufst vor einem Monster weg und wenn es dich trifft, dann machst du halt die Sequenz nochmal. Es gibt ja kein Game Over in dem Spiel. Aber dieses Weglaufen ist halt wirklich einfach nur, okay, du musst immer bis zum Ende hin, musst du einen linearen Pfad folgen und das machst du halt irgendwie drei, vier Mal oder sowas. Und am Ende gibt es dann eine größere Passage, wo du irgendwie fünf Bilder suchen musst, die dann eine Tür öffnen und musst dich halt wirklich orientieren, in immer sehr ähnlich aussehenden Umgebungen unter dem gesamten Stress die ganze Zeit verfolgt zu werden. Und eine Berührung setzt halt alles zurück. Und das hat halt dazu geführt, dass wir irgendwie 20 Minuten oder was weiß ich wie lange an der Stelle hingen, weil ich hab das gespielt und bin halt ein paar Mal Game Over gegangen dort. Oder nicht Game Over, aber wurde halt resettet. Und da wurde es dann auch noch kurz frustrierend auf einer spielerischen Ebene, weil das stand zumindest nicht im Weg vorher. Ja, vorher war es halt einfach ein bisschen langweilig, dass du durch sehr gleichförmige Korridore gesprintet bist, bist du halt, weil es einfach spielmechanisch auch nicht toll ist, wenn du ein sagenumwobenes Monster hast oder ein nicht näher erklärtes Monster, dem du ausweichen musst und das machst du dann, indem du es um so einen viereckigen Raum herumkaitest, bis du durch den Flur durchkannst, von dem es vorher durchsteht. Das ist ja eine MMO-Mechanik, das ist nicht das Verhalten eines gruseligen Silent Hill-Monsters. Und das gilt auch für ältere Silent Hill-Til, die machen das auch ab und zu sowas ähnliches. Aber das ist halt nicht besonders spannend, aber zumindest gut zu ignorieren, weil es schnell vorbei ist. Aber ja, dann diese letzte Sektion zeigt mir dann, dass das auch im Kern missverstanden wurde, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Was ich auch sehr frustrierend finde, ist, dass, ne, ich habe ja den Vergleich auch oft gemacht, weil es halt offensichtlich von P.T. inspiriert wurde. Aber es ist so unglaublich weit weg von P.T. In allem, was es tut. Weil die Art, P.T. ist ja auch ein ehrlich gruseliges Spiel. Das hat uns gegruselt, obwohl wir es zu dritt mit wir belustigen uns gegenseitig und machen Witze das gespielt haben. Und das hier haben wir halt zu zweit gespielt und die Texte und das Writing hat uns so rausgerissen. Und es war sonst auch nicht atmosphärisch genug oder es wurde auf Horrorebene nicht genug gemacht, als dass es da dann wirklich gruselig auch mal werden konnte, weil das mich jetzt halt so ein Papiermonster da verfolgt. Und ja, weiß ich nicht, das habe ich spielerisch so schnell durchschaut, dass es dann nichts mehr ist als ein spielerisches Element, vor dem ich halt weglaufe. Und währenddessen habe ich dieses Ganze, das steht ihm halt, glaube ich, auch sehr im Weg. Ich habe die ganze Zeit den Hauptcharakter im Ohr, weil die ja auch immer wieder Sachen kommentiert und das ist halt auch nicht so wahnsinnig gut eingesprochen. Und dann wirst du da halt auch rausgerissen. Aber P.T. ist mit seinem Thema, mit der Art und Weise, wie es mit seiner sehr kleinen Location umgeht, was es da alles macht, was da alles drinsteckt, thematisch und spielerisch und atmosphärisch, das ist meilenweit entfernt von Silent Hill The Short Message. Und das finde ich so traurig, weil P.T. ist fricking zehn Jahre alt fast. Nee, es ist zehn Jahre alt. Es ist einfach zehn Jahre alt. Ja. Ja, wollen wir weitermachen? Ich habe mich noch überlegt, ob ich noch irgendwas zusätzliches dazu zu sagen habe, außerdem, was du dann jetzt auch noch gesagt hast und die Kontextualisierung von P.T. ist, finde ich, schon ein angemessen deprimierender Schlussstrich für The Short Message, weil für mich ist das ein viel schlimmeres Produkt noch als Ascension oder wie auch immer das heißt, was da gerade ein Silent Hill Film ist, weil der ist so einfach, das ist halt ein weirder Film-Online-Ding, das kann man sehr einfach einfach abhaken, als das Blödsinn weg ist. Aber wenn man halt aktiv versucht, so etwas wie P.T. zu imitieren, nur halt mit einer direkter erzählten Geschichte und das ist von A bis Z ein solches Desaster, da läuft es mir mit Schauer den Rücken runter. Da läuft mir ein Schauer den Rücken runter. Ja, ich hoffe, 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 dass Silent Hill F und Silent Hill Townfall ein bisschen was können. Ich hoffe, dass wenigstens eines dieser Spiele, die Konami hier angekündigt haben, mal den Ruf eines Silent Hills gerecht wird. Weil man muss ja wirklich sagen, die Reihe ist ja gebeutelt genug. Es gibt mehr Silent Hill Spiele, die mittelmäßig bis scheiße sind, als welche, die richtig gut sind. Ja. Und das wird sich leider nicht ändern, dieses Verhältnis, aber zumindest mal wieder eins zu bekommen, das wirklich was kann, wäre schon schön, wenn das funktioniert. Wäre angenehm. Hier bitte, no code, rette uns. Ja, wirklich. So, Robin, wir kommen jetzt zu einer weiteren, einer Neuveröffentlichung, wo ich sehr interessiert darin bin, was du sagst. Weil ich habe das Gefühl, ich habe von Leuten, von Eindrücken, so alles Mögliche gelesen, von ist genauso, wie ich erwartet hätte, zu ist viel besser, als ich dachte. Nämlich bei Suicide Squad Kill the Justice League. Das erschienen ist, das neue Games-as-a-Service-Spiel von den Arkham-Machern, von Rocksteady, in dem halt die Frage ist, wie viel Arkham-DNA steckt denn da noch drin? Kann das spielerisch wirklich was? Macht das denn Spaß? Hat sich das zu schnell ausgelaufen mit dem Endgame? Was sind jetzt die Games-as-a-Service-Selder? Da sind ja so viele Fragen auch dran gekoppelt. Es scheint jetzt wertungstechnisch nicht wahnsinnig gut wegzukommen. Ich glaube, hat er irgendwie einen 60er-Schnitt oder so. Ja, das ist freundlich ausgedrückt, würde ich sagen. Auf Open Critic hat es, glaube ich, gerade eine 62. 62, ja. Das ist schon ziemlich scheiße. Das ist ziemlich desaströs für einen AAA-Titel. War das höher oder niedriger als Gotham Knights? Das ist niedriger. Gotham Knights war ein hohes 60er. Aber das wiederum fällt mir schwer zu glauben. Das Spiel ist doch unmöglich schlechter als Gotham Knights. Ich finde, es ist schlechter als Gotham Knights. Gotham Knights habe ich deutlich länger gespielt, bevor ich aufgehört habe, Suicide Squad zu spielen. Warum das denn? Also, ich habe die PS5- und die PC-Version gespielt. Das hat Cross-Progression. Und ich hatte mir halt die PS5-Version geholt, weil wir keinen Key hatten. Und wir haben dann noch einen Key für die PC-Version bekommen, den ich dann halt noch genutzt habe, sodass ich beides ausprobieren konnte. Habe es dann hauptsächlich auf dem PC gespielt. Suicide Squad ist halt einfach so ein richtig typisches Games-of-Service-Spiel. In dem Sinne, dass es halt eine grundsolide Kernmechanik hat und halt nichts dann damit macht. Weil das, was ich immer, was ich seit einem Jahrzehnt erlebe mit Service-Games ist, A, wir machen ein Spiel, was man Jahre spielen lassen soll. Und aus irgendeinem Grund ist das Ergebnis dann immer, wir haben ungefähr ein Zehntel von den Inhalten, die ein normales Singleplayer-Spiel hat, das 10 Stunden spielen soll. Wenn ich halt einen Gotham, auch wenn ich einen Gotham Knights spiele, dann habe ich ja zahlreiche Singleplayer-Missionen, wo ich durch designte Level laufe, wo Skript-Events passieren. Und das ist dann zwar durchsetzt von langweiligen Loot-Systemen und Open-World-Sektionen, die ich nicht toll fand, aber das gibt's ja nichtsdestotrotz. In Suicide Squad gibt es nach dem Intro eigentlich nichts dergleichen. Sondern in Suicide Squad sagen sie halt, okay, wir sind ein Live-Service-Spiel. Das heißt, wir müssen wiederholbare Missionen bauen, die man im Endgame dann eben grinden kann. Was dann aber auch bedeutet für dieses Spiel, und wir machen nichts anderes. Das heißt, du hast diese grundsolide Spielmechanik und alles, was damit gemacht wird, ist, zu versuchen, die irgendwie in eine Story zu quetschen, in der es dann Sinn ergibt, dass du entweder einen King of the Hill-mäßig drei Gebiete verteidigen musst, oder du musst eine Ressource sammeln, in dem du Gegner tötest und die zu einem Punkt zurückbringen und dann die E-Taster an diesem Punkt halten, um was aufzuladen. Oder du musst dich vor Wellen schützen. So. Das sind quasi die drei Systeme, die es gibt, die drei Missionsarten, die es gibt. Und that's it. Alles muss da reingepackt werden. Sie passieren immer draußen in der offenen Welt, in Anführungszeichen, was einfach nur eine große, leere Map ist, in der nichts passiert, weil es keine Zivilisten gibt und nichts Dynamisches. Und alle Side-Missions sehen genauso aus. Und das ist so arschlangweilig, Tom, dass ich da nach vier bis fünf Stunden es nicht mehr ausgehalten habe und das Spiel ausgemacht habe. Weil auch die Bosse natürlich dann dementsprechend langweilig sind. Es ist ja alles über ein Third-Person-Shooting-System. Das heißt, sie hatten da ungefähr zwei Ideen, wie man dort Bosse designen kann, wodurch zum Beispiel der wortwörtliche Endboss eine Kopie des ersten Bosses ist, was ein solches, also... Hast du dir das dann schon angeguckt oder hast du es in fünf Stunden durchgespielt? Nee, ich hab mir den Rest dann halt angeguckt. Ich wollte gerne wissen, okay, was ist denn mit der Geschichte? Und die ist halt auch Blödsinn. Was ich auch krass finde. Denn das Spiel sieht ja gut aus. Es hat ja richtig gute Grafik immer wieder. Ja, vor allen Dingen in den Cutscenes, weil du dich dann halt auf die Charaktermodelle konzentrierst. Die sehen nämlich super aus in den Gesichtern. Wenn du aber die Stadt vergleichst und das Herumspringen vergleichst mit dem zehn Jahre alten Arkham Knight, dann würde ich das Argument machen, dass Arkham Knight den ganzen Tag besser aussieht. Weil es atmosphärisch stark ist, weil es sich dann auf eine Wetterbedingung und eine Tageszeit konzentrieren kann. Das Problem ist aber, dass es einige der am leblosesten inszenierten Cutscenes hier hat, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und das ist ganz, ganz seltsam. Weil dieses Spiel so perfekt sich eignet, um als Beispiel zu dienen, wenn ich sage, dass Videospiel-Cutscenes oft unter schlechter Regie leiden. Und hier ist das große Problem, dass es zu ganz großen Teilen keinen Soundtrack gibt in den Cutscenes. Das heißt, du hast eine Cutscene, in der diese vier Leute vom Suicide Squad sich gegenüberstehen und sie reden. Und dann hast du den Aufbau eines Witzes. Du hast die Punchline. Dann kommt ein Bossgegner, der Flash zum Beispiel, kommt dann in die Welt, in diese Cutscene reingeschossen. Das ist ein großer Schreckmoment. Dann reden sie mit dem und dann geht es über in einen Bosskampf. Das heißt, du hast ganz viele Momente, wo es anschwellen müsste, wo es runtergeht. Und stattdessen hast du halt entweder einfach keinen Soundtrack oder du hast ein einziges Musik-Theme, was aber so den Charakter von einer Hintergrundmusik in irgendeinem Dungeon hat. Das heißt, einfach so ein Dröhnen im Hintergrund, was auch nicht darauf reagiert, was in der Cutscene passiert, sondern einfach durchläuft. Und dann hast du so einen großen Moment, wo jemand eine Attacke auflädt und bam macht. Und im Hintergrund läuft die gleiche Musik wie zehn Sekunden zuvor, als sie einen Witz gemacht haben. Und das zieht diesen Cutscene sämtliche Energie weg. Das ist total ermüdend. Es ist ein bisschen schade zu hören, weil ich hatte das Gefühl, dass die zwei Sachen, wo ich jetzt mehrfach zumindest gelesen habe, dass das die Sachen sind, die Suicide Squad zumindest hinbekommt. Es ist zum einen, dass es sich grundsätzlich gut anfühlt, so rumzuspringen und zu schießen und sowas. Kannst ja gleich noch sagen, ob du dem zustimmen würdest. Zum anderen aber, dass halt die Story relativ gelungen ist, dass die Leute mögen, wie das Spiel erzählt wird, zumindest an vielen Stellen. Ist das denn was, wo du jetzt sagst, weil das ist ja ein Inszenierungsproblem, das sich auch aufs Writing niedersteht? Also findest du, es ist auch irgendwie durchschnittlich oder schlecht geschrieben? Oder ist das zumindest etwas, das funktioniert? Ich würde sagen, es ist okay geschrieben, aber der Plot ist so. Also es ist in den unmittelbaren Dialogen okay geschrieben, aber das ganze Setting und der Plot sind so seltsam präsentiert, dass das dann wieder echt schlecht ist, wie ich finde. Als Beispiel, ich habe in meiner Spielzeit den Bösewicht Brainiac kein einziges Mal gesehen, was daran sieht, dass man ihn erst ganz am Ende, wenn er quasi, wenn man ihn gegen ihn kämpft, das erste Mal sieht. Und dann sagen sie einfach, oh Brainiac, also du wirst einfach nach dem Prolog quasi in die Stadt teleportiert und sie ist eingenommen von Brainiac und du bekommst keinen Kontext für irgendetwas. Du bist einfach da und da oben ist ein großes Raumschiff und ein Brainiac hat die Justice League übernommen und es wird nichts davon je kontextualisiert. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in der 20. Stunde irgendeiner Geschichte, von dem ich den Rest verpasst habe. Es wird nichts davon erläutert, nichts davon erklärt. Das Gleiche gilt auch für die Hauptcharaktere. Da wird einfach angenommen, dass du dich da auskennst und dass du weißt, ich weiß nicht, wer Brainiac ist, ich wusste das nicht und habe da keinen Kontext für irgendwas gehabt. Aber es versagt auch völlig als Sequel zu den Arkham-Spielen, weil das ja im Gegensatz zu Gotham Knights im gleichen Kanon angesiedelt ist, aber überhaupt nicht dazu passt, aktiv dem widerspricht, was im Kanon von Batman passiert ist. Am Ende von Arkham Knight hat ja Batman so, er hat sich ja verabschiedet. Er hat ja gesagt, tschüss, ich bin jetzt nicht mehr Batman und habe einen guten Grund dafür, dass ich meinen Tod vortäusche. Hier wird in so einer Nebensatz versucht zu sagen, ja, aber dann ist er doch wieder gekommen. Und dann nach dem Ende von, also das Batman-Ende von Arkham Knight wird komplett ungültig gemacht und wurde gesagt, ja, als die Justice League sich offenbart hat, hat dann Batman gesagt, komm, ich offenbar mich auch. Aber das ist dann ja wiederum komplett wasted hier, Tom, weil all diese Charaktere, diese Justice League, sind ja böse hier und sind gebrainwashed worden. Und es gibt aber nicht den Moment, in dem das Brainwashing zurückgenommen wird und in dem du die Charaktere dann so wieder kennenlernst. Das gibt's ja einfach nicht. Sondern du lernst sie hier nur gebrainwashed kennen und dann lernst du sie und dann ist ihr Anteil an der Geschichte irgendwann vorbei. Und warum hast du dann überhaupt das in der gleichen Welt angesiedelt, wenn alle Charaktere, die du kennst aus den alten Teilen, und da inkludiere ich auch Harley Quinn, die hier halt total der aus den Filmen, aus dem James-Gun-Film auch bekannte Charakter ist, einfach diese, ja dann doch irgendwie so ein bisschen liebenswürdige Chaotin, weißt du, die so ein bisschen lustig ist. Und in Arkham-Spielen ist sie ja crazy und bringt Unschuldige auf grausamste Art und Weise rum und viel mehr dieser Horror-Charakter. Genau. Und hier ist sie halt diese Bösewichtsdame, die du aber irgendwie auch total magst und mögen sollst. Und das passt alles vorne und hinten nicht zusammen, erzählt dann seine Geschichte auch sehr straightforward so zu Ende und am Ende denkst du dir so, hm, okay, alles, was ihr gerade gemacht habt, ist alles abzusägen, was ihr mit diesem Universum mal aufgebaut habt. Ihr könnt hier nichts mehr mitmachen, das müsst ihr jetzt quasi beenden oder retconen später, ansonsten ist dieses Universum jetzt quasi auserzählt. Aber wenn man sieht, wie sich das Spiel spielt, dann sieht's ja, also mich erinnert's dann teilweise zumindest an sowas wie Sunset Overdrive. Du hast halt diese offene Spielwelt, du hast dieses Rumgehüpfe, diese hohe Mobilität, die scheinbar drinsteckt. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das von Charakter zu Charakter unterscheidet, weil die ja auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und dann halt das Geballer. Ist das denn was? Ich meine, ihr seht Robins Gesichtsausdruck gerade nicht, aber ich kann mir die Antwort jetzt schon denken. Aber ist das denn etwas, das bei dir funktioniert? Auch da ist es halt einfach komplett genie-capped, also es wird halt komplett torpediert von diesem Live-Service-Aspekt. Weil als Live-Service-Spiel muss es ja gebalanced sein. Und alle Charaktere müssen gleich stark sein. Was hier bedeutet, du kannst quasi keine wertvolle Progression in irgendeiner Art und Weise nie hier bieten. Das heißt, das Spiel wird dir am Anfang beigebracht, übrigens in einem wirklich miesen Anfang, der ganz offensichtlich, zumindest meines Eindrucks nach ganz offensichtlich, so von irgendwelchen Higher-Ups gefordert, wo dass man das macht. Weil das Spiel hat quasi einen Anfang, wo es dir langsam das Suicide Squad vorstellt und auch dann über Tutorials dir langsam die Mechaniken zeigt. Aber davor geht es quasi in Medias Res und siedelt später in der Geschichte eine Sequenz an, wo jeder vom Suicide Squad woanders ist in der Stadt und sich irgendwo in der Mitte treffen soll. Das heißt, jeder Charakter muss so nacheinander einmal spielen und dann die Mechaniken auf die Schnelle zu lernen und dann geht es an den Anfang der Geschichte, wo es dieses Tutorial dann nochmal langsam macht, aber dynamischer. Also es wirkt voll so, als ob irgendjemand gesagt hat, wir müssen in der ersten halben Stunde aber Action haben und es muss schnell gehen, also bauen wir das da rein und dann kommt aber der eigentliche Anfang des Spiels. Die Spielmechanik ist halt, wie ich finde, grundsolide, aber ich finde nicht, dass sie besonders großartig ist. Ich habe deutlich mehr Spaß zu ballern in Division oder in Destiny, weil hier diese ganze Bewegungsmechanik mir zu langsam ist und mir zu überkompliziert ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als, wer ist es denn nochmal von den Vieren, wenn ich als Deadshot heißt er, glaube ich, ist es Deathstroke oder ist es Deadshot? Es ist Deadshot, glaube ich. Wenn ich als der meine Bewegungsmechaniken nutzen will, dann habe ich einen Jetpack. Ich kann aber auch auf dem Boden sliden und bin dann schnell. Aber ich kann nur auf dem Boden sliden, wenn ich unmittelbar, nachdem ich mit dem Jetpack auf dem Boden lande, die Slide-Taste drücke. Ich kann nicht einfach so sliden. Es kann sein, dass es ein anderer Charakter ist. Bei einem dieser Charaktere ist das so, weil die alle leicht unterschiedlich funktionieren. Ein besseres Beispiel ist Boomerang. Boomerangs Bewegungsoption ist, dass er einen halt Boomerang wirft und dann hältst du die Wurftaste, also die Sprint-Taste ist es in dem Fall und wenn du loslässt oder wenn so eine Leiste voll aufgefüllt ist, dann teleportierst du dich dahin, wo du hingeworfen hast. Was also so eine Verzögerung ist. Du hast keine unmittelbar schnelle Sache, sondern du wirfst, wartest und dann teleportierst du dich dahin. Und wenn du dann auf dem Boden landest, nachdem du dich teleportiert hast, dann kannst du auf dem PC die Leertaste halten und dann sprintest du ganz schnell. Du kannst das aber nur machen, nachdem du dich teleportiert hast. Die Sprintmöglichkeit ist also daran gekoppelt, dass du erst machst. Es ist also sehr gestaffelt. Ich kann nicht einfach schnell irgendwas machen, sondern ich muss erst das machen und dann kann ich das machen. Und dann ist es aber auch so limitiert und das kann ich ganz doll an Harley Quinn festmachen. Denn Harley Quinn hat schlicht und ergreifend einen Greifhaken, mit dem sie schwingen kann und dann hat sie genau das Batman-Tool, dass du dich halt an eine Oberfläche hinziehen kannst und wenn du dann die Sprung-Taste drückst, kurz bevor du da bist, kannst du dich darüber weghangeln und fliegst dann halt weiter. Aber es ist halt hier reduziert. Das heißt, ich kann nur einmal schwingen und dann muss ich meine Leiste wieder aufladen lassen, mit der ich nochmal schwingen kann und dann kann ich vielleicht nochmal schwingen, aber das ist dann wahrscheinlich auch schon das letzte Mal und dann kann ich halt versuchen, mich irgendwo hochzuziehen. Während ich in den alten Batman-Spielen, in Arkham City, kann ich einfach fliegen und dann ziehe ich mich irgendwo hoch und habe dann wieder ganz viel Boost und kann ewig weiterfliegen und muss selbst das so ein bisschen austarieren, damit ich länger fliegen kann und hier ist das total reduziert, weil natürlich Harley Quinn nicht länger unterwegs sein kann, rumfliegen kann, als die anderen Charaktere und darüber hinaus kriegst du halt nicht viele Werkzeuge, die das erweitern, sondern du kriegst halt eine Skill-Tree, die dann sagen, du kannst jetzt fünf Sekunden länger in der Luft sein, wenn du im Fliegen schießt oder du hast jetzt eine acht Prozent höhere Critical-Hit-Chance. Also alles total lames Zeug. Grundsolide, ja, aber viele Spiele sind grundsolide und ich hatte das Gefühl, in den fünf Stunden, in denen ich gespielt habe, habe ich bereits vier Stunden lang immer das Gleiche gemacht, weil ich nach den ersten Stunden genau erkannt habe, was es kann und alle Charaktere auch exakt gleich dann funktionieren. Im Detail ist die Bewegungsoption unterschiedlich und der eine hat eine Schrotflinze und die andere hat ein Gewehr, aber trotzdem funktioniert es immer exakt gleich, nämlich dass du schießen kannst und dass du einen Nahkampfangriff hast und wenn du schießt nach dem Nahkampfangriff dann hast du Auto-Aim und machst besonders viel Schaden und wenn du eine Weile auf Gegner schießt ohne die zu killen dann kannst du im Nahkampfangriff gehen und kriegst auch dein Schild wieder aufgeladen und dann hast du eine ganz lustige Sache wie ich finde, weil es ja Rocksteady ist und sie ja so eigentlich Charakter so ganz doll definiert werden durch das Kampfsystem in Arkham und da ist ja Kontern so wichtig, also wollen sie ja auch Kontern reinbringen aber du bist ja in einem Ballerspiel wie konterst du hier? Naja, indem halt random Gegner einfach immer wieder anfangen für zehn Sekunden also für zehn Sekunden betrieben vielleicht für drei bis fünf Sekunden einfach zu zielen und genau diese Markierung bekommen die auch konterbare Gegner in den Arkham Spielen bekommen und dann hast du halt eine eigene Schusstaste die einen Konterschuss abschießt wodurch diese Gegner dann betäubt werden ein kompletter Schwachsinn der auch gar der überhaupt nicht logisch in das Gameplay reingeht und auch nicht in der Spielwelt begründbar ist nee Tom das ist meiner Meinung nach Ich finde es irgendwie bezeichnend dass das jetzt das dritte Spiel ist eine Superheldengruppe das nicht funktioniert nachdem Marvel's Avengers fehlgeschlagen ist nachdem Gotham Knights fehlgeschlagen ist ist jetzt auch Suicide Squad ein Fehlschlag und Marvel's Avengers war gefühlt noch das erfolgreichste von denen ein Spiel das ja immerhin noch eine komplette Singleplayer-Kampagne hatte mit einem Anfang Mitte und Ende und tatsächlich ein paar Momenten die ich zumindest damals ganz cool fand also ich konnte ja dem Spiel was abgewinnen Gotham Knights dann schon nicht mehr und Suicide Squad finde ich schon ohne es gespielt zu haben ist da nichts was mich jetzt groß ran zieht weil sie haben alle das Problem sie haben alle das Problem das war ja auch bei Gotham Knights so ein großes Ding dass du das Toolset eines einzelnen Charakters nimmst und es aufbrichst in verschiedene Charaktere das heißt jeder hat den Bruchteil dessen was einen Batman in einem richtigen Batman Spiel kann oder auch parallel einen Spider-Man in den Spider-Man kann wir haben Spider-Man das Problem gelöst indem sie gesagt haben wir haben mehrere Charaktere wir haben einfach zwei Spider-Man die können das gleiche mit leichten Unterschieden aber sie machen beide quasi gleich viel Spaß so nach dem Motto also der eine Charakter wird nicht gegimmt dadurch dass wir jetzt zwei Charaktere haben so wie es bei den Spielen der Fall ist und dann halt noch dieses aufgezwungene nee wir wollen aber ein Koop-Spiel sein und ein Online-Spiel und das sollst du ganz lange spielen können und halt Marvel's Avengers hatte das ja auch was du jetzt bei Suicide Squad beschrieben hast dieses da steckt halt am Anfang nicht mal so viel drin wie in einem regulären Singleplayer-Spiel weil das ja alles tröpfchenweise dir übermittelt werden soll in den kommenden Monaten mit irgendwelchen Belohnungssystemen und blablub obwohl es gar keinen Grund dafür gibt das so zu machen außer der Monetarisierung die da rangekoppelt ist also die das ist gemacht damit man mehr Geld damit machen kann nicht weil das irgendwie ein spaßigeres Spiel wäre potenziell und das ist das frustrierende es ist halt ganz bezeichnend in diesem Spiel was du gerade erklärt hast weil man diesen man merkt so doll in Suicide Squad mehr als in den anderen von dir genannten Spielen wie sehr es zurückgehalten wird von dieser Service von diesem Service Charakter weil sie ja Batman als Gegner haben und es gibt am Anfang des Spieles als halt das noch ein bisschen auch versucht so ein bisschen durchgeskriptetere Sachen zu machen gibt es am Anfang des Spieles eine Sektion in der das Suicide Squad von Batman gejagt wird und was sie dort machen wollen ist zu sagen wir haben hier eine exakt Batman Arkham Szenerie in der du aber eine der Personen bist die halt in diesen Predator Szenen von Batman gestealthkilled wird und das ist eine super coole Idee das ist eine super coole Idee um auch die Macht dieses Charakters zu zeigen aber du kannst du hast ja keine Mechaniken in diesem Spiel wo man auch mal sagen kann die werden jetzt mal nur in dieser Sequenz genutzt und hier hast du irgendwie ein Nahkampfsystem wo du damit agieren kannst sondern wir haben einen Third Person Shooter wo die das machen wollen das heißt was spielerisch hier passiert ist diese ganze Sequenz ist nur dass du nacheinander die vier Charaktere vorgesetzt bekommst da keinen nicht auswählen kannst was du sonst im Spiel tatsächlich machen kannst und du rennst dann mit deinem ersten Charakter zum Checkpoint zu dem du hin sollst und zwischendurch hast du so auf dem Boden offensichtliche Batman-Fallen die du anschießen musst damit sie explodieren bevor du über sie drüber rennst und wenn du am Missionszielpunkt angekommen bist poppt Batman oben aus einem Lüftungsschacht wie er das auch in den Arkham-Spielen macht und aktiviert quasi deinen Ragdoll und dann wird dein Charakter geragdollt und liegt auf dem Boden und dann sagt der nächste Charakter oh nein sie haben ihn und dann machst du exakt das gleiche du läufst wieder durch diese Umgebung jetzt bis zum nächsten Checkpoint und da kommt er dann aus dem Lüftungsschacht und macht das mit dir also die Intention sehe ich total aber weil es überhaupt keine Möglichkeit zur Interaktion gibt weil dieses Spiel ein so völlig anderes Spiel ist fällt es total auf die Nase und ist eine unglaublich langweilige Sequenz wo ich die ich fünf Sekunden spiele sofort verstehe was sie tun und sofort verstehe was sie nicht tun können wodurch sämtliche persönliche Interaktion dort eben verloren geht und Investition verloren geht und das ist so traurig das ist wirklich wirklich bitter wie einfallslos dieses Spiel ist und was für ein unglaublich gutes Beispiel dafür ist wie toxisch dieses ganze Game as a Service Ding für Spiele sind die einfach lineare Singleplayer Kampagnen trotzdem noch machen wollen weil es sie immer torpediert das ist absolut meine Erfahrung jedes einzelne Mal und hier mehr als je zuvor und es scheint auch immer scheiße sein zu entwickeln weil es gibt ja immer die Entwicklungsprobleme diese Verzögerung dieses das funktioniert so nicht oh Gott die Engine kann das gar nicht oder sonst irgendwas es ist es ist immer eine Shitshow und ich hoffe langsam lernen die Publisher ja vor allem davon und teilweise merkt man es ja schon aber wir wissen ja auch noch dass Sony noch so viele davon haben soll wo ich mich noch frage was da draus wird auch mit Bungies neuem Projekt keine Ahnung finde ich wahnsinnig unattraktiv diese Art von Entwicklung die in den irgendwie 2010ern und 20ern hier stattgefunden hat total also ich finde das ist wirklich leider von Anfang bis Ende ein Misserfolg im Kern ist was solides drin ich persönlich würde nicht zustimmen dass hier eine tolle Geschichte erzählt wird oder ein unglaublich toller Third-Person-Shooter drin steckt ich finde hier steckt ein solider Third-Person-Shooter drin der ganz viel mehr Mechaniken braucht damit sie spannend werden und hier steckt eine sehr langweilige Geschichte drin die immer wieder schöne Momente hat aber überhaupt nicht das aber überhaupt nicht spannend erzählt wird und einige der schlechter inszenierten Cutscenes hat die ich so in unserem AAA-Space gesehen habe was glaube ich aber nur wenigen Leuten aktiv auffällt weil sie halt immer gut aussehen dabei du hast diese tolle Technik dabei die grafische Technik in den Cutscenes vor allen Dingen und du hast dann so zwei, drei Momente wo auch mal gelizenzierte Musik genutzt wird um so sehr klassische Suicide Squad Stuff zu bieten aber in den restlichen zweieinhalb Stunden Story ganz ganz viel toter toter Raum Lass uns mal weitermachen Robin wir kommen zu einem besseren Spiel das du ja irgendwie auch weitergespielt hast hast du mir gesagt nämlich Tekken 8 ich habe die Story inzwischen durchgespielt mit Leo könnt ihr ja bei Time to 3 euch angucken erscheint auch also bis nächste Woche sind dann auch alle Folgen davon erschienen ähm was hast du denn noch gemacht in dem Spiel ich habe das gleiche gemacht ich habe die Arcade Quest und die Story durchgespielt ich bin sehr interessiert daran was du zu der Story sagst ja soll ich das als erster machen oder ich fand es ich fand es ein bisschen bla ich fand jetzt hämmert irgendwie mit dem Hintergrund ich hoffe das hört ihr nicht so sehr ich fand es hat echt coole Momente ähm so drei, vier aber der Rest ist sehr äh austauschbar wie ich finde ähm ich es verbringt halt viel viel Zeit damit dass Charaktere die nicht eingeführt werden drumstehen und über Dinge reden die keinen Zusammenhang haben weil die einzige relevante Story die erzählt wird ist halt hier ist ein Böser und hier ist ein Guder und die wollen miteinander kämpfen und der Gute muss wieder stärker werden und alles also es gibt zwei relevante Charaktere in der Geschichte zwei und alle anderen Charaktere werden irgendwie da wird versucht dass die halt eine Relevanz haben aber die haben keine Relevanz und das Spiel gibt sich keine wirkliche Mühe äh dass du das Gefühl bekommst dass die eine Relevanz haben äh und das wird leider also es führt in meiner Wahrnehmung oftmals nicht dazu dass es absurd und spaßig wird sondern dass es langweilig und austauschbar wird ähm dass es eben nicht dieses große spektakuläre wird sowohl in der Inszenierung aber vor allen Dingen in der Geschichte ich finde Tekken würde sich voll anbieten dass es halt unglaublich bescheuerte Metal Gear Solid mäßige Plottwists sie entgegenwirft und du hast keine Ahnung jetzt ist hier ein Roboter und dieser Bär redet übrigens auch und du könntest du könntest so viele Sachen damit machen ja aber machen sie ja nicht sondern sie machen das im Kern lustige und das ist halt dass hier ein sehr schlecht synchronisierter Deutscher und ein schlecht synchronisierter Italiener und ein Bär nebeneinander stehen und die reden miteinander und die verstehen sich alle und das ist im Kern halt fucking hilarious und super lustig aber leider interagiert die Geschichte in keiner Form damit und das finde ich halt voll schade weil die Geschichte finde ich nichts macht aus diesem wahnsinnig dummen Universum sondern ganz basic bleibt von wir haben hier einen guten einen bösen Teufel und wir haben seinen Sohn der gegen ihn kämpfen will okay das ist halt Anime wie ich ihn 2000 Mal schon gesehen habe willst du im Sparring gegen mich antreten ähm ja also es Gott dieser Leo also es ist insane wie schlecht der synchronisiert ist und sein Vater auch äh die Story hat Leo und mir tatsächlich ziemlich viel Spaß bereitet also wir hatten unsere Freude da dran weil es halt dieses parallele Ding war aus der ewigen Fede zwischen den Mishimas die ja hier fortgesetzt wird zwischen Jin und Kazuya während der Vorgänger sich vor allem um Heihachi gegen Kazuya gedreht hat und Heihachi ist ja dann ausgeschieden und dann ging es jetzt weiter mit Jin der wiederum in Tekken 7 kaum eine Rolle gespielt hat und es läuft aber auf das hinaus wo man glaubt dass es hinausläuft nämlich auf diesen großen Clash der dann wie du schon sagst so anime ich wie er nur sein könnte das ist dann sehr cool inszeniert wird und das ist halt da kann man auch zwiegesparten zu sein weil es gibt auch Leute die mögen nicht wenn Tekken ganz so krass am Rad dreht ich finde aber sehr lustig dass es nachdem es am Ende ganz krass am Rad dreht es dann wieder runterfährt quasi und sagt okay wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück in der Inszenierung die wir tun und machen es sehr viel persönlicher und intimer mit den allerletzten Kämpfen die passieren das fand ich wiederum ganz cool aber es ist auf jeden Fall so dass du diese wahnsinnige Vielzahl an Charakteren hast wo mittendrin gefühlt auch zwei random umgebracht wurden wo ich jetzt auch nicht weiß sind die jetzt tot weißt du so what habt ihr einfach random gerade Charakter XY getötet aber du hast natürlich diese ganzen Charaktere die halt wirklich gar keine Rolle spielen die sind da damit sie mal da sind damit sie mal ihre zwei drei Sätze sagen können oder ihren persönlichen Fäden werden mal kurz angesprochen aber mehr passiert da ja nicht weil du hast ja im spielerischen dieses Turnier was dann stattfindet wo du auch mal mehrere Charaktere zur Auswahl hast was ich spielerisch ganz cool finde aber es ist storytechnisch total egal oder auch den Tekken Force Modus der mittendrin einmal wieder kommt der mir hier aber auch nicht spielerisch so wahnsinnig gut gefällt weil es hat immer noch das alte Problem von ich spiele ein 2D-Kampfsystem in einem 3D-Umgebung und das funktioniert einfach nicht aber damit hatte ich sehr viel Spaß muss ich sagen wenn ich da kurz reingrätschen will diesen Tekken Force Modus weil ja das ist darin begründet wie ich halt den Rest des Story Modus spielen musste weil ich hab ja vorher Zeit in dem Arcade-Quest-Ding verbracht und halt einen Charakter tatsächlich mal ein bisschen gelernt das war das erste Mal dass ich also ich hatte das Spiel unmittelbar schon bereits sehr frustriert abgebrochen weil ich wieder super genervt davon war wie sich Fighting Games spielen und dann hab ich mir aber nochmal ein Herz genommen beziehungsweise hatte auch die Gelegenheit weil Lucy ja Magier gespielt hat und dann hab ich mir gedacht komm ich nutze jetzt mal die Chance und versuche das nochmal durch diese erste Frustrationsmauer durchzubrechen mit dem Tutorial und hab das dann auch mit einem Charakter geschafft und konnte den tatsächlich so ein bisschen lernen mit diesem Arcade-Quest-Ding Darf ich mal fragen welchen? Heißt der Lee? Gibt es einen Charakter namens Lee? Lee wenn du es so bezeichnen willst Schor also in seinem Standard-Outfit hat er diese diese Cyber-Armor der hat so eine Brille auf so eine Cyber-Brille hat er auf achso nee 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 eine Cyber-Brille meinst du meinst du den neuen Charakter meinst du Viktor? meinst du den mit Schwert und Pistole? nee warte ich guck kurz nach wen ich meine man sieht wie sehr ich drin bin dass ich mir den Namen so gut gemerkt habe ich guck kurz die Charaktere an äh doch Lee ne ich mein Lee das stimmt Lee ja ok der hat ne Brille ok in seiner genau in seinem Standard-Outfit hat er auch die Brille an die hab ich jetzt einfach hab ich mich nicht dran erinnert weil dieses Outfit ist halt neu normalerweise hat er eher so Anzüge an oder so fancy Stuff ok ja also ich hab ein paar ausprobiert das kann man ja in diesem Arcade-Questing unmittelbar so hin und her wechseln in ein Tutorial starten und ich hab mir quasi einfach rein rausgesucht wo ich das Gefühl hatte einige der grundsätzlichen Kombos die mir dabei gebracht werden sind für mich relativ gut machbar und da bin ich dann bei dem gelandet und da fand ich die Kombos cool das Problem das ich dann halt habe ist wenn ich dass die ja alle sich völlig unterschiedlich spielen ich kann nicht wirklich von dem einen auf den nächsten schließen wenn ich jetzt irgendwie bei Lee eine Kombo gelernt habe mit der ich Leute airjugglen kann dann hilft mir das exakt null bei einem anderen Charakter der selbst der Launcher ist ja oft ist ja manchmal unterschiedlich ne der ist jetzt nicht immer irgendwie diagonal oben und kreis sondern der kann auch eine völlig andere Kombination sein was dann bewirkt dass im Story Modus wenn ich halt unterschiedliche Charaktere spiele ich keine Ahnung habe wie ich irgendwas mache und exakt genauso frustriert davon bin wie ich das sonst bin bevor ich Story spiele das heißt ich hab dann den Story Modus meistens einfach in diesem L1 Modus gespielt wo ich Dreieck und Vierieck drücke und dann macht er die Kombo von selbst weswegen und das war jetzt die Einführung dann der Tekken Force Modus mir nicht weniger Spaß gemacht hat als alles andere weil ich ja sowieso nicht mit dem Kampfsystem interagiere weil wenn ich mit dem Kampfsystem interagiert habe ich sehr frustriert wurde weil ich diesen Charakter einfach nicht gut konnte mit dem ich dann dort gespielt habe das heißt dann so ein bisschen diese Dynasty Warriors Gefühl zu bekommen von ich level mich ich kämpfe mich jetzt hier durch 20 Gegner statt einem war dann cool aber ich sehe total wenn du das Spiel halt vernünftig spielst dass da was verloren geht ich finde halt einfach schade dass das nur diese paar Stages sind im Story Modus und kein separater Modus aus dem man hätte ein bisschen mehr machen können mit mehr Levels und sowas weil da grundsätzlich in diesem System in dieser Idee ist sehr viel mehr drin als sie hier in Tekken 8 rausholen ich finde aber total spannend was du da erzählst mit den Charakteren weil Leo und mir ging es im Story Modus ja teilweise auch so wenn wir dann random in einen Charakter reingeschmissen werden den wir nicht kennen dass die Auslöser für Seed System und für den die Rage den Special Move am Ende die sind immer gleich egal welchen Charakter du spielst aber wie du sagst der Launcher ist nicht immer der gleiche er ist oft der gleiche aber halt nicht ansatzweise immer und die Art und Weise wie du dann jugglest musst du halt wissen also das kannst du dir schwer erschließen du kannst zwar so ein bisschen intuitiv sagen okay ich mach jetzt so ein bisschen hier und da weil die oberen zwei Tasten immer die zwei Arme sind und die unteren zwei Tasten immer die zwei Beine aber es ist auf jeden Fall schwierig und je nach Charakter auch schwieriger und ich glaube Lee zählt auch eher zu den schwerer zu erlernenden Charakteren tatsächlich den du dir da ausprobierst da bin ich jetzt ein Pro das weiß man ja auch vorher nicht aber ja da kann ich sehr nachvollziehen dass du dann diese spielerische Erfahrung damit gemacht hast und er ist halt nicht so wahnsinnig lang also er ist dann auch relativ schnell wieder vorbei nach so dreieinhalb Stunden oder so oder vier Stunden je nachdem wie lange man braucht also ich fand den insgesamt dann deswegen glaube ich auch ein bisschen enttäuschend weil ich finde halt so ein Story Mode kann ja ruhig auch mal eine Progression haben warum nicht in dem Story Mode das machen was so RTS es früher mal von Blizzard zum Beispiel gemacht haben in ihren Singleplayer Modis wo sie halt sagen ey hier müssen wir nichts balancen hier können wir einfach wilde Einheiten reinbauen oder das machen sie okay ja ja die Spielscharaktere in dem Spiel die Fähigkeiten haben die sie nicht haben und die es ja auch teilweise nicht gibt Richtung Ende des Spiels stimmt das fand ich dann auch cool genau wenn man dann diese Bosse quasi selber auch spielt die völlig absurd sowas ist halt cool und ich glaube das würde sich halt anbieten ich weiß nicht wie sehr das Street Fighter in seinem Singleplayer Modus macht weil das ja ein bisschen vollumfänglicher ist vielleicht hat man da ein bisschen mehr Progression also das ist meine eine meiner Feststellungen jetzt über die letzte Woche nochmal war auch dass wenn du den Story Modus durchgespielt hast und die Arcade Quest durchgespielt hast dann hast du vielleicht sieben Stunden mit dem Spiel verbracht und dann hast du das meiste erlebt was es Singleplayer technisch zu erleben gibt dann gibt es noch die kleinen Charakter Stories die du spielen kannst das sind immer nur fünf Kämpfe mit einem Intro und einem Outro und die Outros sind super lustig also diese Outro Filmchen für die einzelnen Charaktere sind wieder top aber spielerisch ist das halt nicht viel weil du einfach fünf random Kämpfe machst meistens auch im gleichen Szenario des Turniers das da stattfindet und da hat es dann nicht wahnsinnig viel zu bieten da hat mir Street Fighter 6 auf Singleplayer Ebene deutlich mehr geboten weil dieser Worldtour Modus sehr viel expansiver war und spielerisch auch halt auch mit dieser Idee von okay du hast diese verschiedenen Charaktere die nur deine Meister sind und du kannst dir deine Skills von dem von dem von dem nehmen und die verbinden und dir deinen eigenen Charakter bauen das fand ich da irgendwie insgesamt ein bisschen cooler obwohl ja der Worldtour Modus auch teilweise etwas halbgar designt ist und da man noch viel verbessern könnte aber irgendwie hat sich Tekken Singleplayer technisch relativ schnell ausgespielt ich meine ich habe ein bisschen mehr als 20 Stunden in dem Spiel was noch nicht wahnsinnig viel ist aber ich habe die Platin Trophäe weil die super easy ist krass die kriegst du super easy aber das ist mir aufgefallen ich habe glaube ich 55% aller Trophys ja allein durch das Spielen dieser beiden Modi und ich habe ja wirklich gar keine Ahnung was ich mache ne und der Rest den also wenn du dich quasi eine Stunde oder zwei Stunden hinsetzt dann hast du das geplatint das Spiel und das ist halt schon krass und dann gibt es natürlich noch den Online Modus und dann gibt es noch das Kampfsystem und da habe ich mich ja dann auch mal ich habe ja letzte Woche gesagt ich habe viel Gin gespielt jetzt habe ich auch mal viel Yoshi Mitsu gespielt und die Combo Challenges gemacht und mir ein paar Kombos angeeignet und die dann versucht direkt anzuwenden sowohl in CPU als auch in Online Matches und das hat dann teilweise auch geklappt und diesen Lerneffekt zu haben das ist ja das was mir so viel Spaß macht dann auch an diesen Spielen zu merken ah okay der coole Shit den ich gerade gelernt habe ich weiß jetzt langsam wie ich ihn auch benutze in eigentlichen Kämpfen kriegt zwar noch viel aufs Maul aber ich merke diesen Progress und das macht dann halt richtig viel Spaß weil gerade Yoshi Mitsu ja auch so ein extravaganter Charakter ist und da merke ich dann nach wie vor ja okay diese ganze diese ganze Art und Weise wie sich Tekken spielt das macht mir halt immer noch wahnsinnig viel Freude ich würde immer noch gerne einen Stream machen leider hat Leo diese Woche Spätschicht das heißt das wird schwierig weil ich würde ja mit Leo gerne einen Stream machen zusammen mit der Community also das haben wir noch auf dem Schirm Leute das passiert sicherlich noch irgendwann aber ich hätte auch nichts dagegen mit dir mal einen Community Stream zu machen und da vielleicht noch was raus zu kitzeln weil der Wille scheint ja so ein bisschen zumindest da zu sein mit Tekken ein bisschen was zu machen ich fand halt diesen Arcade Quest Modus ganz interessant weil ich also alles in seiner Inszenierung ist halt furchtbar und ich habe alle Cuts die sind konsequent übersprungen immer aber das kann man ja auch gut machen und einfach das Format ist halt ein nettes es fehlt halt dann gefühlt also gefühlt habe ich jetzt eine unvollständige Idee über die Grundlagen des Spieles so ehrlich mal also das müsste vielleicht einfach noch zwei drei Kapitel mehr haben beziehungsweise wenn die Kapitel so lang sind wie hier dann müsste es wahrscheinlich eher sechs bis zwölf Kapitel mehr haben weil es mir immer noch viel halt fehlte und es passierten immer noch ständig Dinge die ich halt nicht die einfach nicht verstanden habe oder es macht einfach Sprünge dass es mir dann plötzlich so empfohlene Kombos anzeigt wo einfach Kreis 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 steht und daneben steht in Klammern Perfect Input ich denke mir so aha the fuck does that mean was ist Perfect Input sagt mir keiner okay und da habe ich halt keine wirkliche Möglichkeit dann viel mit anzufangen natürlich grundsätzlich gibt es viel was ich da noch nicht verstehe aber ich habe es halt trotzdem genossen die ganz grundsätzlichen Grundlagen von dem Spiel so sehr einfach lernen zu können und selbst da hatte ich einen echten Frustrationsmoment wo es einfach nicht so geklappt hat wie ich das wollte habe ich ja gesagt aber das fand ich gut ja es ist halt interessant weil Tekken 3 damals war halt so ein Phänomen wo das irgendwie hat jeder gespielt und jeder hatte Spaß damit obwohl es manche Leute nicht konnten aber die haben dann halt einfach nur gemasht oder sowas und hat trotzdem Spaß gemacht weil es ja auch immer darauf ankommt gegen wen spielst du oder was für Singleplayer Elemente gibt es und Tekken 8 ist gefühlt ja ein Spiel was auch viele neue Leute anspricht weil es ja auch die Schauwerte hat und neue Leute mit reinholt ins Boot und sie ja auch besser reinholt als es in der Vergangenheit der Fall war auf einer rein spielerischen Ebene aber irgendwie hat sich diese Herangehensweise an Fighting Games so ein bisschen verändert diese Erwartungshaltung die die Leute vielleicht an sich selbst haben wenn sie Fighting Games spielen dass man nicht einfach mal drauf losmashen kann oder so sondern man muss das jetzt alles auch lernen als wäre es so ein Test ich weiß nicht es ist halt ein Sport also ich habe das ich habe sehr das Gefühl dieses ganze Genre ist mehr Sport als Videospiel was ja auch etwas ist was mich dann abschlößt da nicht das Online so Standard geworden ist habe ich das Gefühl haben die Spiele so eine Entschuldigung zu sagen okay wir brauchen jetzt nicht mehr so viel anderes obwohl ja in Tekken 8 immer noch viel drinsteckt ja ich muss mal kurz der Katze vom Schrank helfen die ist mit ihrem Kragen auf meinen extrem hohen Schrank oh no du hast gesehen jetzt kam sie gerade wieder runter nicht schlecht gut Job Nimo ich muss doch nicht aufstehen ja und jetzt hängt sie in der Jalousie fest nein sie hat sich befreit okay mein Gott dann lassen wir doch Tekken 8 erstmal hinter uns Robin ich will nochmal ein Fazit einholen von dir weil du hast es jetzt durchgespielt einfach nochmal ein Schlusswort sozusagen zu Like a Dragon Infinite Wealth jawohl ich hebe meine Katze aus dem Weg im Grunde einfach eine Bestätigung des vorher Gesagten kann ich hier nennen es war es war so wie ich mir dachte was ich ja auch letztes Mal gesagt habe dass es halt deutlich besser wird wenn die Geschichte anzieht das Ende fand ich aber dann auch wieder ein bisschen enttäuschend einfach für die Geschichte als Ganzes weil die der Plot von Like a Dragon 8 also wirkt wie eine sehr austauschbare Side Story die man in jedem anderen Spiel auch hätte vorkommen können und die nicht wirklich viel Relevanz hat für irgendwas und die ich wieder vergessen haben werde jetzt wahrscheinlich gerade ungefähr oder spätestens in zwei Wochen während das was halt mit den Charakteren gemacht wurde entweder relativ konsequenzlos bleibt oder wenn es Konsequenzen gibt dann hätten die in einer anderen Geschichte sich besser erzählt besser zu Hause gefunden und besser reingepasst und das sind ja genau die Eindrücke die vorher bereits bestanden deswegen ist das Fazit da für mich immer noch das ist ein enttäuschendes Spiel mit coolem Gameplay das aber nicht genug sich weiterentwickelt hat im Vergleich zum Vorgang das mich trotzdem gut unterhalten hat das doppelt so lang ist wie es sein sollte und die coolen Momente die es hat in die falsche Geschichte packt ja ich habe ja ich habe gar nicht weitergespielt weil ich so gemerkt habe ich brauche eine Pause von dem Spiel mal so ein bisschen obwohl mir ja auch viele Sachen gefallen und mir geht es ja eigentlich sehr ähnlich wie dir ich finde die coolen Sachen sind da immer noch drin das ist halt nur so lang gezogen das ist so viel was man hätte kürzen können und die Nebenbeschäftigungen sind so Hit or Miss also es gibt welche die ich richtig cool finde aber auch welche die sind so ja ja Schulterzucken und ja ich hatte aber trotzdem halt Bock auf Like a Dragon und auf Yakuza und habe dann nochmal den ersten Teil angeschmissen habe ich ja am Anfang gesagt auf der PS2 das ist ja lustig ja und bin da bei der Hälfte weil das ja das ist im Grunde genau das also das finde ich ist so das Lustige die Spielereihe hat sich eigentlich nicht wahnsinnig viel weiterentwickelt ist so meine Feststellung weil das wurde natürlich alles smoother und und schöner und größer aber die Grundlage ist so exakt schon in diesem allerersten PS2 Spiel verankert das halt in der westlichen Version sehr lustig ist weil es sind alles englische Sprecher für die ganzen Rollen und dann hast du halt deutsche Übersetzung und du hast auch einen sehr anderen Ton weil es wird ganz oft Fuck gesagt und Kirio kommt rein und bezeichnet irgendwelche Gangster als Little Pussies und du denkst dir so oh das ist aber das ist aber charakterlich ein bisschen anders als ich es gewohnt bin aus dem späteren Spiel und Goro Majima wird von Mark Hamill gesprochen ist auch sehr seltsam und dann trotzdem ist noch sehr viel also sie haben nicht versucht diesen japanischen Flair irgendwie weg zu retuschieren so sehr also die sprechen dann ihre Chefs als Oyabun an was hat diese Yakuza Ansprache ist die auch durchaus halbwegs passt auch wenn sie es vielleicht manchmal ein bisschen übertreiben aber du hast immer noch diesen spielerischen Setup von hier ist Kamurocho du kannst da frei drinnen rumlatschen du hast diverse Nebenbeschäftigungen du hast die Nebenmissionen diese Side Missions die auch im in den späteren Spielen drin sind die halt so ein bisschen absurder werden können und die Hauptstory die halt immer sagt geh jetzt mal dahin dann läufst du quer durch Kamurocho wohin dann siehst du eine Cutscene und dann heißt es geh jetzt mal wieder zurück und dann läufst du quer durch Kamurocho wieder zurück hast da eine Cutscene und dann klopfst du ab und zu mal Leute kaputt und das ist einfach genau das auch die Art und Weise wie du den Charakter fortschreitest wie du levelst und dann neue Kombos freischaltest oder neue Funktionen und so das ist alles hier schon drin und das finde ich ist so faszinierend zu sehen weil es macht auch alles hier schon Spaß du hast zwar wirklich dieses rätselhafte Game Design immer wieder was sich ja durchzieht durch die gesamte Like a Dragon Reihe mit dem Haupt dem Design der Hauptstory wo ich immer wieder denke das ist so ein bisschen ihr schickt mich einfach nur hin und her um Cutscene zu gucken ihr müsst mich nicht ihr könnt doch eine Cutscene einfach direkt an die nächste Cutscene hängen und es ist für mich impliziert dass der jetzt von A nach B gelaufen ist aber das wollen sie natürlich machen um dir die Möglichkeit zu geben die Nebenmission zu spielen und so ein Kram und das ist manchmal ein bisschen seltsam aber es ist sehr schön es ist auch sehr schön zu sehen diese alte Grafik zu erleben weil das ist ein richtig schönes PS2 Spiel es ist wirklich richtig schön atmosphärisch ist das so toll auch in wie vielen verschiedenen Wetterlagen Kamurocho hier dargestellt wird ist richtig 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 schick und dann halt auch zu merken ja du hast ja schon ein Kranspiel und ein Baseballspiel und kannst Blackjack spielen oder sowas das ist super schön also da bin ich gerade in der Mitte des Spiels und ich meine falls ihr Kiwami gespielt habt das ist ja genau das also auch die Cutscenes sind ja dem nachempfunden und selbst die Charaktere erkenne ich alle wieder weil sie fast genauso aussehen nur halt in PS2 Grafik das ist super lustig es ist super wild da mal zurück zu gehen und dieses alte Spiel zu spielen was glaube ich vielen Leuten schwer fallen würde weil jedes Mal wenn ein Kampf startet wartest du 10 Sekunden bis die Kampfareal geladen ist und danach wartest du wieder 10 Sekunden bis du wieder zurück in die in die Welt geschmissen wirst und das wie lange wie lange hast du insgesamt gebraucht bisher wenn du so sagst du bist bei der Hälfte was meinst du ich bin jetzt so bei 7 Stunden glaube ich und ich glaube insgesamt geht's soll es glaube ich 15 gehen oder so wenn du 15 Stunden durchspielst je nachdem wie viel Nebemissionen du machst kannst du noch mehr machen aber es gibt hier ja nicht wie auch später in Zero oder auch in Kiwami haben sie ja glaube ich auch so ein größeres Minigame reingeholt wo du richtig viel Zeit reinstecken kannst ganz so ausufernd wird das hier nicht man verbringt aber halt viel Zeit mit Laufen und mit Laden okay ja das ergibt Sinn cool also finde ich schön das ist doch mal ein schöner Gegenentwurf zu Infinite Wave das ist es auf jeden Fall weil du merkst den Fokus total sie haben ihre Geschichte die sie hier erzählen wollen und die ist sehr konzise erzählt in der Art und Weise wie halt die Dinge passieren und ich habe nicht das Gefühl dass hier wahnsinnig viel Zeit verschwendet wird außer vielleicht mit Laufwegen und das ist irgendwie ganz schön zu sehen und da bin ich tatsächlich jetzt auch interessiert mal den zweiten Teil zu sehen oder auch die Unterschiede zum Beispiel von Yakuza 3 wie es dann auf der PS3 erschienen ist zum Remaster wie es dann vor ein paar Jahren erschienen ist weil die Release Historie von den Yakuza 4 ich dachte das gab es nur auf der Wii U gab es das auch auf der PS3 äh ne von Yakuza 3 und 4 und 5 kam doch mal diese Remastered Collection achso ich dachte du redest von dem Wii U Remaster die Remaster des ersten beiden Teil die nur in Japan erschienen das ist super bedauerlich finde ich dass wir die nie bei uns bekommen haben äh sondern das ist nur in Japanisch möglich vielleicht gibt es da Patches für weiß ich nicht aber das ist halt das hätten diese Spiele durchaus verdient ich glaube halt nicht dass wir das nochmal sehen werden weil halt es gibt ja jetzt die Remasters äh die Remakes mit Kiwami 1 und 2 äh da macht das wahrscheinlich keinen Sinn mehr aber äh es ist ganz schön mal zu sehen wie die Reihe angefangen hat und wie ja wie selbstsicher sie angefangen hat wie die einfach genau wussten was sie machen wollten und es war sofort so ein eigenes Ding voll cool ja okay Robin ähm wollen wir noch kurz über die Formel 1 reden ach boah das ist nach so einem Podcast schwierig aber äh lass uns das machen ähm dann gibt es eine Mini-Ausgabe eine News-Ausgabe von Robins famosem Formel 1-Fest brrrr eine Breaking News mit eineinhalb Wochen Verspätung aber eine Breaking News nonetheless ähm also die aktuelle Breaking News ist dass der Teamchef von ähm Red Bull äh James Horner äh gerade untersucht wird wegen äh inappropriate äh äh verhalten äh was bei so CEOs normalerweise nur eine Sache heißt aber da müssen wir mal gucken was da raus wird die tatsächliche Breaking News wo wirklich da hat sogar mein Bruder mich wegen angeschrieben der ebenfalls gar kein Konzept zu Formel 1 hat hast du schon gehört ähm ist nämlich dass Lewis Hamilton nächste Saison also nicht diese Saison die jetzt äh im nächsten Monat startet sondern danach die Saison für 25 zu Ferrari wechseln wird und äh Charles Leclerc als Teammitglied ähm ja joinen wird während dann Carlos Sainz das bisherige Teammitglied von äh Leclerc äh Ferrari verlassen wird und ähm das ist so ein Ding ne Lewis Hamilton zu Ferrari das ist so seit einem Jahrzehnt immer so der die die Fanfiction ne das ist so das beste der beste Fahrer zu dem größten Team dem wichtigsten Team aus einer Marketingperspektive ähm und jetzt ist es tatsächlich passiert äh das ist so ein bisschen out of nowhere gekommen weil ja auch erst letztes Jahr Lewis Hamilton einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat mit äh Mercedes aber da hat er gesagt das ist so meine letzte Chance nochmal für Ferrari was Neues zu probieren weil der ja auch in seinen 40ern jetzt ist und aus der Perspektive verstehe ich das auch sehr äh ich hoffe einfach für die Memes dass Ferrari genauso große Desaster ist wie jetzt gerade weil das ist ja gerade immer das was man bei Ferrari so erlebt dass sie die immer die schlimmsten Team-Calls und Strategie-Calls machen und selbst wenn sie gut sind und gewinnen aus irgendeinem Grund kommt dann der Fahrer einmal zu oft an die Box oder nicht an die Box oder sonst irgendwas passiert ähm und das halt mit wenn das passieren würde mit Lewis Hamilton dann würde wirklich die Bude brennen ähm weil Lewis Hamilton wenn ist ja ein sehr so so perfekt vermarktbare Person sag ich mal weiß genau was sie sagt und so etwas und das fällt immer in der Sekunde auseinander wo Sachen nicht so passieren wie er sich das vorstellt und das kann hat schon dazu immer wieder lustigen Diskussionen und Outbreaks geführt und das kombiniert mit dem Ferrari das ich in den letzten zwei Saisons erlebt habe hui 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 we are checking we are checking also das kann richtig lustig werden ähm oder er feiert dort Erfolge plötzlich und kann an alte Michael Schumacher Erfolgszeiten anschließen das wäre natürlich das andere Extrem so oder so ich bin sehr sehr gespannt ich wollte gerade sagen für den Spannungsgrad einer anstehenden Saison ist das doch mit das Beste oder Coolste oder Spannendste was passieren kann auf jeden Fall wir müssen die eine Saison dann nochmal durchstehen äh aber dann in nächste Saison äh aus dieser Perspektive allein sehr sehr exciting cool okay dann soll es das gewesen sein mit dieser Mini-Ausgabe von Robins famosen Formel 1 Fest ich gucke nochmal kurz ob es bereits News gibt zu der Xbox Sache weil das soll ja jeden Moment soweit sein und ich will sicher gehen dass wir nicht aber nein der Podcast ist damit lang genug genau sehr viel über Final Fantasy das ist so als ein Mehrteiler angesetzt also da werden wir nochmal hin zurückkehren irgendwann aber das war schon mal sehr schön da über diverse JRPGs zu reden und das könnt ihr da exklusiv auf Patreon und Steady euch anhören ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback Supporter in eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback Podcast ran Fragen könnt ihr auch jederzeit einschicken einfach dann mit eurer entsprechenden Mail über die Patreon und Steady Message Systeme und ab 25 werdet ihr zu Podcast ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast ProduzentInnen Birthday Penguin wurde mit HiFi Rush beschenkt und arbeitet nun an seinem Rhythmusgefühl Schiffzahn Chrisco möchte darauf aufmerksam machen dass der 360 Store bald schließt Crushed82 Daniel Danke Tom und Mats jetzt habe ich mir eine Wii U gekauft Wii könnt you nur Dobsy Dönes Dustin Ejenias Firo Fure96 Gunnar Hildebrand Gurkenforelle Gustian Hyperion Jan Lippert Jan Fidehelt Jean Marcel Kernspaltkartoffel Kesselflick Kumi Lila in die Attic Mark Lammers Marius von der Mosel Matze McLovin008 Michael MichaelNoritzWolf Mudkip MyDespair NatalieBro OldSport Oliver Zirfers Pan85 PastaPalastSeenudel Pokespidey Ralle RickO Selenaya SimonDupicei Speckimiez0 TimeTravelingMickeyEP450 Tommy88088 Verschlafene Honey Why I'm Trying Zavex und Laska Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast Vielen Dank an alle Podcast ProduzentInnen Vielen Dank fürs Zuhören und die Unterstützung Das war mal wieder eine ordentliche Folge lieber Tom Ja das war das war sehr voll es ist sehr viel passiert in der letzten Woche es sind sehr viele Spiele die gerade rauskommen es gab einfach sehr viel über das wir reden mussten Robin da können wir ja auch nichts dafür und ich hab noch nicht mal erwähnt dass ich am Wochenende aus mir selbst nicht erklärbaren Gründen für eine gute Stunde 99 Nights 2 gespielt habe auf der Xbox 360 das haben wir das mal bei Team 3 gespielt nie oder doch wir haben wir haben beide wir haben beide gespielt wir haben auch den zweiten Teil reingeguckt ich bin mir relativ sicher ja guck nochmal nach guck ich nach doch doch ja haben wir im One-Off ja du hast recht ja und der ist noch deutlich schlechter als der erste aber es war so ich hab gerade so ein bisschen schwierige Schlafenszeiten weil eine Katze mir immer wieder auf den Sack geht und ich dann wach werde und das war so ein Moment also spielst du zum Einschlafen 99 Nights ja das war so das so ich bin gerade so müde ich kann gerade nix was ist hier da hab ich so mein Regal dann war da dann hab ich mir Thor 99 Nights Iron Man dann hab ich gesagt komm 99 Nights 2 also da würde ich auch sehr schnell einschlafen können glaube ich ich hab ja bei Yakuza hab ich ja festgestellt das hab ich ja auch mal gestreamt ich hab ja den Anfang davon mal gestreamt und hab festgestellt dass das drei Jahre her ist ich bin fast vom Stuhl gefallen weil mir das nicht so lange her vorkam auch natürlich das gibt Sinn dass man drei Jahre ist genau so diese Grenze wo man noch glauben kann das kann letztes Jahr gewesen sein aber ist dann sicher ja es ist so deprimierend in letzter Zeit ist das irgendwie passiert mir das häufiger dass ich so denke wie 2017 ist sieben Jahre her nee das kann nicht stimmen ja dieser ich hab gerade mal kurz geguckt und unter dem Time to 3 Video von 99 Nights 2 vor drei Jahren erschienen übrigens gibt es einen Dopsy Kommentar eine regnerische Berliner Nacht der Fernseher flimmert Robins Hände werden langsam müde während sie den Controller halten ein Achievement erscheint mit dem markanten Ton der seit Jahren in seinem Gehörgang wiederhalt der Videospieljournalist reckt seine Faust empor get fucked Speckobst das ist eine unglaublich akkurate Beschreibung wirklich von dem was am Wochenende passiert ist krass Dopsy können wir jetzt auch abspeichern als Hellseher als Wahrsager absolut okay sehr schön dann euch und Tom nein ich habe noch eine letzte eine letzte Anekdote die aber nur eine Sekunde dauert ich habe auch ich habe auch am Wochenende 333.333 Gamerscore geholt und ich habe eine kurze so eine dreiviertelstündige Pause gemacht zwischendurch damit ich genau den Gamerscore so holen kann dass er genau darauf fällt und ich ein Foto davon machen kann Tom und mein letztes Achievement ich habe das so mir durchgerechnet was ich machen muss in welchem Spiel um das zu machen und da bin ich dann rausgekommen dass ich das letzte Achievement weil es safe ist und easy und noch relativ schnell in dem Back to the Future DLC zu Powerwash Simulator wo ich einfach zwei Level machen musste und dann habe ich dieses zweite Level gemacht da kriege ich 20 Gamerscore für zack war ich genau auf 333.333 bin dann habe dann das Spiel da laufen lassen bin dann am PC gegangen um einen Screenshot zu machen habe den Screenshot gemacht aber nicht so wie ich es eigentlich wollte wollte dann nochmal einen Screenshot machen und plötzlich höre ich ein erneutes Achievement aufploppen im Hintergrund und dann gab es nämlich exakt in diesem Level wo man die Time Machine von halt dem Doc sauber macht in Back to the Future gab es ein Achievement dafür dass du nachdem die Time Machine das Auto wegfährst du stehen bleibst für eine Minute und es erscheint dann wieder und dann kriegst du dafür noch ein Achievement und dieses Achievement habe ich dann bekommen und dafür durchging dann bei 333.333 sofort wieder weg und ich war so verdammte Scheiße was für ein Scheiß Zufall ist das denn aber ich habe trotzdem einen ganz guten Screenshot machen können ich wollte gerade sagen immerhin konntest du das erste Foto machen ja also ich glaube wenn Björn das hört der kann da mitleiden ja bestimmt ein, zwei Personen andere auch noch wir sind eine kleine there are dozens of us Tom das war es das muss ich noch erzählen das soll es gewesen sein mit diesem Podcast euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal Tschüssi 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 Vielen Dank.